Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Ha 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 ha! Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Ich bin Paul und werde wieder durch das Recap führen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal für die Kommentare unter der letzten Folge. Teilt uns auch gerne hier wieder mit, wie euch diese Folge gefallen hat. Und bevor wir in die aktuelle Folge einsteigen, vielleicht noch einen kleinen Nachtrag zur letzten Woche. Da ist vielleicht durch unsere Verwirrung so ein bisschen was untergegangen. Und Dom, vielleicht wolltest du nochmal ganz kurz auf die valyrische Hochzeit eingehen, die wir da ja auch, ja eigentlich auch nur ganz kurz zu Gesicht bekommen. Ja, das war ja letztes Mal ein bisschen sprunghaft. Und passend dazu war dann unser Podcast auch ein bisschen im Staccatofeuer am Ende. Also das war ja letzte Woche diese Parallelmontage und da gab es dann ja auch das Gespräch zwischen Rhaenyra und Daemon, wo Rhaenyra dann explizit davon sprach, dass sie ihn letzten Endes braucht, vor allem dann auch auf valyrisch, um gegen die Grünen, hier wurde es explizit gesagt, gegen die Grünen, also die Partei von den Hohenturms und Alicent zu bestehen. Und also darum geht es hier eigentlich im Prinzip, um den Konflikt zwischen der Union und den Grünen. Alles hier, also wenn es jetzt nicht zeitpolitisch wird, wann dann? Gruß an Niedersachsen. Aber bevor sich deine Koalition bildet, mache ich jetzt hier weiter. Genau, wir sahen ja, während Karl Lenor stellt und Rhaenyra und Daemon da beratschlagen, dass eben durch diese Tat die Velaryons ihr letztes Kind verlieren und dass die dann natürlich Rhaenyra verantwortlich machen werden. Aber Daemon sagt dann, ach ja, lass sie tuscheln, weil dadurch, dass sie glauben, dass wir darin verwickelt waren, werden sie uns fürchten und sich fragen, wozu wir noch fähig sind. Und am Ende sehen wir sie dann eben heiraten. Und das ist auch keine 0815-Hochzeit, die wir hier zu sehen bekamen. Es war eine valyrische Hochzeit, das fiel ja schon auf. Die hatten besondere Gewänder an. Der Septon, der vor ihnen stand, sah auch nicht gewöhnlich aus, wie gewöhnlich halt eben ein Septon aussieht. Und es hatte vor allem eine sehr, sehr morbide Note, das Ganze. Also vor allem eine blutige Note. Also die schlitzten sich ja erst beide in die Handfläche und die Lippen an mit einem Stück Drachenglas anscheinend. Und verteilten dann irgendwie oder strichen dann so ein Symbol mit Blut auf die Stirn sich gegenseitig. Und dann bluteten sie zusammen in einem Kelch, also von den Händen eben, aus dem sie dann auch tranken. Das war also schon sehr, das hatte schon wirklich was Rituelles, wie man das bei Kelten oder so kennt vielleicht. Wie hat das auf euch denn so gewirkt? Und dadurch, dass es wirklich so am Rand oder fast beiläufig geschieht, hat mich das tatsächlich gar nicht so. Also ich fand schön, dass wir so einen Einblick hatten. Ich hätte mir den auch durchaus vielleicht noch ein bisschen ausgeschmückter vorstellen können. Aber dadurch, wie gesagt, dass das nur am Rande und nur quasi Mittel zum Zweck, um ihm zu zeigen, guck mal jetzt hier, Damon und Rennera heiraten, hat es mich tatsächlich nicht so gecatcht. Ja, es sollte natürlich auch so ein bisschen, also die Beiläufigkeit, die ist ja durchaus Absicht dahingehend, dass die das ja einfach so spontan gemacht hatten. Also das war ja eigentlich fast so eine Vegas-Aktion. Aber trotzdem war ja die Zeremonie oder dieses Ritual, was dort abgehalten wird, das geht ja trotzdem länger als diese 30 Sekunden, die wir da, oder die Minute, die wir da zu Gesicht bekommen haben. Ja, ja, das natürlich schon. Ruhig etwas pompöser gestalten können, finde ich. Ich war wirklich überrascht und es hat echt diesen Vegas-Style, da habe ich auch dran gedacht. Oh, guck, schnell, Hochzeit. Auf Valyrisch. Ja. Aber ja, dadurch, dass es so beiläufig war, verliert es für mich so ein bisschen an Bedeutung, weil das ist eigentlich so dieser Punkt, den Damon ja auch herbei, oder den beide ja auch irgendwie herbeigesehnt haben und der ja auch sehr ausschlaggebend ist. Und das haben sie leider so schnell abgehandelt, so wirklich so ein paar nebenher, ja gut, zack, zack, fertig. Ja, ist ein weiterer Plotpoint halt so ein bisschen, wobei, man muss auch sagen, wir haben sowas auch halt schon echt häufig gesehen und dass sie dann ... Ja, aber ich hätte mir lieber die Valyrische Hochzeit etwas ausführlicher gewünscht, als das von Render Round Lane. Und das fand ich ja auch, also, die wurde ja schon bewusst in der Staffelmitte und als ein großes Ereignis, was eben auch Gemma Frons Ausmaße annimmt, in Szene gesetzt. Nun ja, was man vielleicht noch sagen kann zu letzter Woche, Sven, du hast ja jetzt die Folge auch nochmal frisch gesehen und ich habe sie die Tage auch nochmal auf einem wirklich großen Fernseher gesehen und ich muss sagen, die Dunkelheit ist schon echt ein Problem gewesen, ne? Ja, tatsächlich. Sie haben's, es ist mir ein paar Mal aufgefallen, bei mir schien halt auch die Sonne rein, ich habe alles dunkel gemacht und trotzdem saß ich am Drücker und habe geguckt, ob ich es nicht vielleicht doch noch ein bisschen heller kriege. Ja. Also, das Problem hatten wir ja auch schon bei Game of Thrones in der letzten Staffel, wo du überhaupt nichts gesehen hast, nur Schämen und ungefähr erahnen konntest, was gerade passiert ist. Ja, da war es aber natürlich auch ein bewusstes Teammittel und da war es natürlich auch wirklich nachts gedreht. Also, die haben ja hier wirklich die lange Nacht, die Schlacht in, die Entscheidungsschlacht in der achten Staffel, die haben, das ist ja die längste Schlacht, die es überhaupt gibt und die haben die, glaube ich, über drei Monate hinweg wirklich nachts gedreht. Hier war es ja Night by Day, ne? Ja, und da kann ich auch sehr auf das Video von Nerdkultur hinweisen, dem ist nämlich zum Beispiel aufgefallen, dass man schon sehr deutlich sieht, dass danach gefiltert wurde eben die Nacht, weil, oder die Dunkelheit, weil die Fackeln geben kein Licht ab und die Schatten verhalten sich auch sehr komisch, ne? Ja, gut, das Problem haben wir diese Folge nicht. Nee, das haben wir diese Folge nicht, Gott sei Dank. Aber ja, das sehen wir alles, aber wir steigen tatsächlich an der Stelle ein, wo wir letzte Folge die ganze Zeit über waren, nämlich in Drift, Marc. Ja, und wir steigen mit einem Schwarzbild ein. Ja, das ist doch immer, oder? Ja, aber so ein langes? Ja, auch schon bei Folge 6 ist mir das ja auch schon aufgefallen, wo man erst nur Rhaenyra hat Atmen hören. Ja, jedenfalls hier sieht man dann Driftmark und um genauer zu sein, Reynes. Wir hören auch Reynes mit einem, mit einem Meister sprechen, mit Meister Kelvin und Reynes erkundigt sich nach ihrem Mann Corliss, den sie seit knapp 6 Jahren nicht mehr gesehen hat und ich weiß nicht, ob wir es letzte Folge ja schon angedeutet hatten oder wir haben es ja dann schon geahnt, beziehungsweise es wurde ja auch von der Seite der Produktion schon gesagt, dass das hier erneut ein Zeitsprung ist von 6 Jahren und diesmal der letzte. Genau, also darauf konnten wir uns schon ein bisschen einstellen und er wurde auch hier jetzt ganz kurz und schmerzlos etabliert, indem man halt einfach Reynes hat sagen lassen, dass sie ihren Mann 6 Jahre nicht mehr gesehen hat. Wir sehen sie, die Kamera schwenkt von hinten hinter dem, wie heißt der, Treibholzthron hervor und anwesend sind außerdem noch Waymond, also der Bruder von Corliss und eine der Enkelinnen, Bailer. Bailer, die ist ja auch wichtig in der Szene. Genau, Bailer ist da, Reynor ist in Drachenstein, Königsmann? Ne, Drachenstein. Ja, Bailer wurde ja, soweit ich weiß, das wird ja dann im Verlauf der Folge nochmal aufgegriffen, die wurde zum Mündel von, äh, äh, weil Damon die irgendwie, genau, ja. Von den, von den Valerians quasi. Genau, richtig. Von Reynes in erster Linie, ja. Genau, so, Meister Calvin berichtet von einem Hinterhalt, in dem Corliss und seine Männer geraten sind, aus dem Corliss selbst nicht so glimpflich davon gekommen ist und danach wird er außerdem von einem Fieber geplagt und so weiter, also von einem schlimmen Fieber, also man kriegt ihn auch nicht zu Gesicht, aber die Beschreibungen, die, die, die sprechen, äh, von sich. Er befindet sich auf dem Weg nach Driftmark, ist nur noch wenige Tage entfernt und, ja, dann wird quasi das Grundthema dieser Folge, äh, gesetzt, die heißt ja auch, äh, Lord of the Tides, also, wir haben schon überlegt, wahrscheinlich Lord der Gezeiten. Mh, naja, Lord im Sinne des Titels, ne? Ja. Ja. Und da geht es ja um die, um die Erbfolge oder um die, nenn ich's mal, von, von Driftmark und dem ganzen Spaß auch von den Valerians und so weiter und da tun sich schon mit, äh, Bayla, genau, sie ist ja noch überzeugt, äh, von der, von der Stärke der Seeschlange, also von der Stärke ihres Großvaters, dass er das schon durchstehen wird und dann, ähm, setzt sich aber auch Wayman da gleich als Gegenpol entgegen und er macht sich wenig Hoffnung und spricht eben gleich davon, äh, dass die Erbfolge da nochmal ein bisschen geklärt werden muss. Ja, äh, wenig Hoffnung, ähm, was heißt wenig Hoffnung? Er hat wenig Hoffnung für seinen Bruder, aber sehr viel Hoffnung für sich, dass er nämlich auf den Treibholzthron kommt. Ähm, ich muss übrigens sagen, zu der Eröffnung der Szene, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber bislang hat die Serie ja wirklich diese Zeitsprünge gut eingeflochten. Also, sie hat es ja wirklich tunlichst vermieden, irgendwelche Texteinblendungen zu machen, die einem sagen, wie viel Zeit jetzt vergangen ist. Ja, ich sehe dich an Rings of Power, kann man gerne reinhören. Und das war, ja, gut, das war nicht zur Zeit, aber, äh, egal. Gerne reinhören mit dem Kollegen Lasse. Hier war es tatsächlich zum ersten Mal ein wenig forciert. Also, das war wirklich so dieses, wie ihr ja wisst, Lord Waymond, habe ich mein Gemahl seit sechs Jahren nicht gesehen. Na? Ja, 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 es war frei heraus. Also, es war nicht irgendwie versucht, es zu verschleiern, sondern es war wirklich. Ja, das, das, also, das haben sie schon mal besser eingekriegt. Das schreibe ich dann auch tatsächlich, äh, weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, das, äh, Drehbuch von der, von der Folge ist ja von Aileen Schimm, äh, äh, eine Autorin, von der ich bisher noch nie gehört habe. Die war vorher auch nur bei einer anderen Serie, äh, irgendwie so als Story-Editor und hat irgendwie nur ein, zwei Kurzfilme gemacht. Ist also noch sehr, sehr unerfahren. Da kann man das vielleicht ein bisschen, äh, von ableiten, ne? Aber Sven, wie, wie kommst du denn jetzt mit den, mit den Zeitsprüngen zurecht? Du hast jetzt die letzten Folgen ja schon mit, also mit hoher Geschwindigkeit hintereinander geguckt. Ja. Wie fühlst du dich damit und wie, wie sieht's bei dieser Folge aus? Ich bin, ich bin ganz froh, dass du es gesagt hast. Ich war da wirklich Fan von, ich dachte, oh, um Gottes Willen, alles klar, oh, sechs Jahre, alles, jetzt kannst du es wieder irgendwie einigermaßen einordnen. Ja. Ich fand's anstrengend, das ist wirklich, wenn du dir, die, die Serie zu bingen oder mehrere Folgen hintereinander, grenzt schon fast an Arbeit. Gerade auch mit diesem dauernden Darstellerwechsel. Dann wird der gewechselt, dann guckst du hin und denkst, um Gottes Willen, Gott sei Dank trägt er eine Augenklappe, sonst wüsste ich jetzt nicht, wer das ist. Und ja, das ist, ich meine, es zeigt natürlich auch die Qualität der Serie und sagt auch hier, das ist nix, wo ihr euch einfach nur berieseln lassen könnt oder müsst. Hier müsst ihr wirklich ein bisschen Grips einschalten, aber manchmal hätte ich schon gerne eine kleine Hand, die mich da so ein bisschen durchführt. Aber kurze Frage, weil du gerade den Darsteller-Innenwechsel ansprichst, stört dich das, dass dann solche Figuren wie zum Beispiel Goodbye Raines, ist das jetzt, finde ich es jetzt nicht so schlimm, aber zum Beispiel wie Kristen Crowe, den wir ja in dieser Folge zum Glück nicht so oft sehen, aber auch sehen, dass das bei denen dann nicht geschieht oder dass dann nicht mal so gefühlt was mit der Maske oder so passiert. Das ist schade, das ist wirklich sehr schade, weil der Rest teilweise glaubwürdig altert. Teilweise. Fügt sich nicht immer so richtig zusammen, oder? Also manche Figuren wirken dann, hä, warum siehst du immer noch aus wie vor 20 Jahren? Ja, und zwar wirklich einige inzwischen, also eigentlich fast alle Nebenfiguren, würde ich sagen. Also auch hier ist Herr Harold Westerling, der schon seit 30 Jahren so aussieht. Und auch immer noch dieselbe Aufgabe hat. Ja, das ist schon ein bisschen lächerlich. Man muss ja auch sagen, Sven, hiermit hast du jetzt vielleicht wirklich den Jackpot gezogen, weil während in den anderen Folgen in Anführungsstichen nur die beiden Könige, die beiden Kontrahentinnen ausgetauscht wurden, sind es hier ja die kompletten Kinder. Allerdings. Und es hört ja auch nicht auf, es kommen ja immer noch welche dazu. Ja, und so langsam. Also, weißt du, nicht genug, dass man mit den ganzen Namen und den Kindern schon den Überblick verliert. Da wechseln auch noch ständig die Gesichter. Das ist schon streitbar. Wobei ich hier mal was reinwerfen kann, was ich ja letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letzte Woche schon geschrieben hatte, Paul. Ähm, wenn man sich das mal so ansieht, die sind ja gar nicht so wahnsinnig alt tatsächlich. Also hier, äh, Olivia Cook, die ist, äh, 28 gerade mal und Emma Darcy ist, glaube ich, Anfang 30. Und wenn man dann überlegt, wenn die Kinder dann jetzt noch älter sind in Relation zu denen, dann kann das irgendwann merkwürdig wirken. Du hattest das ja auch mal angesprochen, dass hier Lena Velaryon, äh, in einer Szene, äh, mehr oder weniger gleich aus, äh, gleich alt wirkt wie Rhaenyra, obwohl sie bestimmt irgendwie zehn Jahre auseinander sind. Also ich finde ja auch zum Beispiel, dass Damon, der sich unbedingt älter wird. Also ich finde, er sagt, es sieht eins zu eins noch so aus, wie er, wo er mit der jüngeren Rhaenyra im Bordell war, oder wo er, also ... Ja, da hab ich auch überlegt, ob sie eventuell, äh, nicht, nicht bei ihm auch irgendwie einen jüngeren Darsteller erstmal hätten vorher nehmen sollen für die ersten Folgen. Aber weißt du, woran das liegt? Sie wollten Mad Smith haben. Ja, und ihr, also ich bin ja mittlerweile auch ein Mad Smith-Fan, ne? Ich find den super. Ich hab jetzt auch, ich hab jetzt auch, weil ich, ja, Sky habe, ähm, ja, äh, also wow, und da ist ja auch Morbius jetzt drin, juhu, und den hab ich mir jetzt endlich, äh, angesehen. Also, Morbius ist nicht gut, aber Mad Smith hat mir da trotzdem Spaß gemacht. Aber wir schweifen ab, wir sind immer noch in der ersten Szene, oh Gott. Ja, aber vielleicht kann man da gleich noch mal, äh, also, was ich eigentlich nur zum Ausdruck bringen wollte, dass, äh, äh, ich kann es jetzt schon irgendwo verstehen, dass man die Darstellerin genau auf der Hälfte ausgetauscht hat. Weil wenn man das jetzt hier gemacht hätte, dann hätte man sich noch schwerer an die gewöhnen können. Ja, ja. Ähm, Reynus, äh, sagt aber, dass das Erbschafts, äh, bla bla, hab ich's genannt, eigentlich ja schon lange geklärt ist, weil, das hatten wir auch letzte Folge gesehen, äh, Corlys Valerian, ja, den Lucerys Valerian, also einen der Söhne von Rhaenyra, also, der möchte, dass der, äh, der, der Herr über Driftmarkt wird. Genau. Und dann kommt eben das, und das, ich hab's, wie gesagt, bla bla genannt, oh, und, also, in Game of Thrones ging's ja auch sehr viel um den Thron, und es gibt ja auch Sinn, dass jetzt Wayman da jetzt einschreitet und sagt, dass er der Nächste sein sollte. Aber ich weiß nicht, wie's euch geht, aber ich find's irgendwann ein bisschen ermüdend und so ein bisschen, vielleicht bin ich dann auch irgendwie in der falschen Serie dafür, aber solche Gespräche hab ich in House of the Dragon gefühlt schon so oft gehört und es ist, ja, es geht immer um andere Besitztümer und um andere Orte, aber habt ihr kein anderes Thema. Naja, aber was sollen sie sich unterhalten? Ich glaub, das soll auch ein bisschen repetitiv wirken. Ja, das ist, das, da geh ich ja auch mit, aber doch nicht, also, wenn man eins, zwei, ja, und ich weiß, das ist halt Thema der Serie, aber mich hat's halt, es ist wahrscheinlich ein rein persönliches Ding, weil ich mir denk, ach. Langsam reicht es, ja, ja. Ja, das, das hängt eben auch mit dem doch recht einseitigen Fokus dieses Spin-Offs einfach zusammen, ne? Dass man hier, man, man muss ja, ich, das, das ist mir generell einfach nochmal so bewusst geworden, lass mal die Drachen weg, dann ist das hier einfach Shakespeare in Westeros. Ja, und dann siehst du ja nicht mal was von den, von den Valerians, da wurde mir ja persönlich, weil ich immer gesagt hab, ach, ich möchte doch noch was von den Valerians sehen. Und von Korn ist, der hat doch bestimmt was zu erzählen, aber ich sag mal so, ja, rechne ich jetzt. Da krieg ich eine eigene Serie fertig. Rechne ich aber nicht mehr viel damit nach dieser Folge. Was ja aber, also, Veymant ist ja, ist ja, ich weiß nicht, habt ihr den als komplett neue Figur wahrgenommen? Ne, der stand in den ersten Folgen immer mal mit rum. Genau, genau, er, er stand da mit auf den Trittsteinen, stand der im... Ja, ja, ist, glaube ich, ist, ist bestimmt auch nicht ausgetauscht worden. Der sieht bestimmt auch noch aus wie vor 20 Jahren. Ja, das, ja gut, diese Typen sind so ein bisschen zeitlos auch, ne? Ja, gut, aber bei denen kann ich's auch verstehen. Ich meine, der, die kleine Rolle, die er da an dem Tisch hatte, bei den, bei den Trittsteinen oder was, ja, geschenkt. Aber er hatte, äh, ja auch schon in der siebten Folge, äh, äh, da spricht er ja dieses, diese, äh, die, da hält er ja diese Rede bei der Beerdigung. Und, äh, da hatte ich ja auch schon gemeint, dass er da, also, da war mir das noch nicht so wirklich bewusst, dass der das ist. Ähm, und, äh, der spricht dann da ja an einer Stelle von der Reinheit des Blutes und wirft dann richtig fiese Blicke herüber zu den beiden, äh, äh, hier, äh, Kraftjungs. Also, den Bastarden von Rhaenyra und da merkt man. Ja, das ist ja auch, ja, das ist ja auch das, das, was hier sehr deutlich zur Sprache kommt. Und er wiederholt auch das, was ja sein Bruder letzte Folge gesagt hat, dass es Corlys eben nicht um das Blut mehr geht, sondern eigentlich um die Geschichtsbücher, denn die Historie wird sich letztendlich an die Namen erinnern und eben nicht an das Blut, was in den Adern fließt. Ja, er will sich sein Recht nehmen und sieht sich da auch unterstützt von der Königsfamilie. Oder, also, nicht vom König an sich, äh, sondern von der Königin. Und, genau. Hände hoch, ich weiß es nicht, wer hat gedacht, jetzt kommt die Überblende nach Königsmund? Ich fand's nämlich spannend, dass sie da genau nicht die, und ich finde, die, die spielen da kurz mit den Erwartungen, weil sie wieder mit so einem Shot über das, äh, über das Wasser und so, das damit spielen. Und ich hab mir gedacht, jetzt sieht man die Hauptstadt, diese Überleitung, die ist einfach so, hm. Aber nein, wir landen erst mal noch in Drachenstein. Ja, ne tolle Kamerafahrt nebenbei, ne? Ja, und hat so ein bisschen was, wir fliegen so nach Drachenstein rein. Genau. Wir fliegen dann auch noch ein Stückchen weiter, also über das, über die Festung da hinweg, äh, in die, in die felsige Landschaft Drachenstein, wo so eine ganz kleine Gestalt zwischen den Felsspalten da herumklettert. Ähm, wir sehen das dann, dass es Damon ist, der da in einer Höhle drei Dracheneier findet, die wohl da von Syrax abgelegt wurden, wo ich mich kurz gefragt hab, wie kam, wie kommt der da rein? Aber wird bestimmt irgendwo eine andere, andere Eingang gewesen sein. Ja, vor allem, was ich mich gefragt habe, was, wo holt er die da genau raus? Ja, das war interessant, da hat so, da musste erst was aufkratzen, was aufbrechen. Ja, das hatte irgendwie sowas von, aus irgendeinem Grund musste ich an sowas wie Froschleich oder sowas denken. Oder wie, wie, Sven, wie, wie ging's dir da? Also, ich fand auch die, die kleine Spalte fand ich, hm, dachte ich, oh, guck mal hier, Damon spielt Osterhase. Und hat dann die, hat dann die Eier präsentiert, fand ich cool gemacht. Ich hab aber eher so das Gefühl gehabt, der bricht die aus diesem, so wie eine Art Vulkangestein raus. Ja, irgendwie aus sowas, ja, genau. Und oben drüber war noch, war noch, also ich würde sagen, das sah aus wie Asche. Ja, ich weiß nicht, ob, ob das, ob, ob der Drache das vielleicht irgendwie mit seinem Feuer dann so Stein geschmolzen hat und was weiß ich. Wobei er es dann, wobei er es aber auch, ja eben, er hat's auch ganz, also es war jetzt kein massiver Stein, den er da einschlagen musste, sondern er hat's ja wirklich zur Seite, also aufgebrochen gekriegt. Ja, fand ich, fand ich, fand ich aber, äh, ich hab mich nur, äh, im Nachhinein geärgert, als ich die Szene, äh, das erste Mal gesehen habe, weil, äh, wem das vielleicht bekannt vorkommt, äh, genau diese Szene haben wir dummerweise als Titelbild für unser zweites Recap genommen. Verrat doch nicht, das wär keinem aufgefallen. Ja, weil wir gedacht haben, in der zweiten Folge stiehlt Damon ja das Ei. Genau. Und deswegen haben wir gedacht, ach, guck mal, das passt da, die Szene war zwar nicht in der Folge, aber vielleicht, wer weiß, vielleicht haben sie die rausgemacht, aber, ja. Ja, ich, ich dachte sogar, es sei eine Delete-Scene gewesen oder so. Ich meine, er sieht ja auch gleich aus, also er hätte ja durchaus sein können. Stimmt. Ja, genau, äh, Damon überbringt da jedenfalls, äh, zwei Wachen diese Nachricht, äh, die ihm wiederum auch eine Nachricht überbringen, nämlich von Bela, von seiner Tochter, die also da bei Rhaenys, äh, mit, äh, dem Gespräch gelauscht hat und in dieser Nachricht berichtet sie eben von Vamond und dessen Besitzanspruch. Wir bleiben auch in Drachenstein, ähm, dort ist Rhaenyra nämlich unterwegs, äh, zu ihren Söhnen. Dieser Tisch da, der so mit dieser Landkarte da, der steht doch eigentlich woanders, der steht doch nicht immer dort in dem Thron, also, ist nicht der Thronsaal, aber der steht doch eigentlich woanders, da hat doch, der steht doch sonst da bei diesem offenen Fenster, oder? Haben die umgeräumt? Ja, könnte sein. Oder haben sie ihn einfach doppelt, vielleicht haben sie auch zwei von diesen Tischen. Wer weiß, haben sie, haben sie einen nachmachen lassen beim, äh, äh, die, die, kann man wahrscheinlich irgendwie so Tisch on demand, kriegt man die bestimmt irgendwo. Ja, der, der, der Versand, der ist ein bisschen, ein bisschen aufwendig und ein bisschen. Komm, frei Haus per Drache. Äh, Sven, da sehen wir jetzt mal den, den ersten Teil von Rhaenys Familie, auch mit ausgewechselten Darstellern. Wie, hast du dich erstmal zurechtgefunden? Ich war nämlich auch kurz verwirrt, weil ich gedacht habe, Lucerys ist da derjenige, der da am, an dem Feuer, glaube ich, sitzt und dem da wahrscheinlich was vorgelesen wird. Ja, es ist Gottfried. Aber es ist Gottfried und den hatte ich komplett vergessen, weil der auch letzte Folge überhaupt keine Rolle gespielt hat. Ja, 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 Kind noch, ne? Ja, es ist halt, es ist halt wirklich anstrengend. Anstrengend. Also ich habe mir tatsächlich auch in meinen Notizen hier nochmal einen Standbaum gemacht, damit ich weiß, wen ich... Gibt's doch online welche. Ja, ich war, ja, aber ich musste das selbst schreiben, damit ich mir kleine Anekdoten hinten dran setzen kann, wie Augenklaffe und Perversa und sonst irgendwelche Sachen. Ja, 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 ja. Ähm und ein Auge. Ach Gott, das ist, also das ist, es macht Spaß, aber es ist wirklich anstrengend. Es ist halt echt nicht leicht zu gucken und dieser Wechsel, wir haben es jetzt oft genug gesagt, also ich habe es jetzt oft genug gesagt, hat mir schon ordentlich Arbeit beschert, aber halt auch viel Spaß. Vor allem Rhaenyra ist schon wieder schwanger. Aju! Das ist auch, und wie wir ja nächste Folge sehen, ist das ja, also ja, kommen wir gleich zu. Ich freue mich auf jeden Fall schon, das können wir vielleicht auch schon jetzt an dieser Stelle antisen. Sven, du bist ein wundervoller Gast, aber nächste Woche haben wir wahrscheinlich nochmal Stu dabei. Ich bin sehr gespannt, wie, was er bei diesen ganzen, ob er... Ja, ehrlich. Was er zu den... Verdient hat es. Zu den... Ja, Stu ist, Stu ist, was hier das Figurenkabinett... die nicht angeht, noch wirklich so ein... Da denke ich mir, ach so, ach, ach, du liebes Sommerkind, was weißt du schon vom... Ich glaube, ich bin... Ja, mal sehen. Er wird es ja dann auch erst aufholen, so wie du, Sven, das klären wir dann aber nächste Folge. Das wird alles dann. Jedenfalls, Chase ist dort ganz ehrgeizig und lernt dort hochvalyrisch und will auch immer besser werden und Rhaenyra muss sich fast schon da ein bisschen bremsen. Und da sieht man aber also, wie auch Chase Cerys eben in dieser Rolle aufgeht, der sich auch als... Der bereit ist, dieses Spiel und dieses... Diesen Maskenball da mitzuspielen, dass er eben von valyrischen Blut ist und so weiter. Also... Und Damon kommt dann hinzu, die Kinder werden rausgeschickt und so weiter und er überbringt Rhaenyra eben diese Nachricht. Und ja, dann geht es eben wieder darum, die fürchten natürlich, dass Wayment sich mit Otto Hightower und so weiter verbündet und da taucht dann auch die Vipan-Metapher auf. Ja. Die ja ganz eindeutig auf die Hightowers abzieht und außerdem wird dann auch nochmal das betont, was du vorhin bei der Hochzeit schon mal erwähnt, also bei der Einleitung erwähnt hast, dass die Valerians oder Rhaenys ja auch immer noch davon ausgehen, dass sie Laenor auf dem Gewissen haben. Genau. Und da kommt, wie gesagt, auch zum Zuge, dass Rhaenyra erneut schwanger ist. Ja. Ähm, was ich noch ergänzen kann zu dem, äh, wo hier Chase Valyrisch lernt. Ähm, ihr habt nicht so drauf geachtet, was der da sagt, oder? Also das war hier, was ich mitgekriegt hab, war das mit dem Baum töten, wo sie dann nur meinte, nein, das heißt fällen. Genau, genau, Aegon, der Eroberer, der Bäume fällen ließ. Äh, da kann man jetzt natürlich auch überlegen, ob es eventuell Wehrholzbäume waren. Mhm. Ähm, und also die ja noch Teil der, der alten Religion waren. Ähm, also man, man kann eventuell sogar davon ausgehen, dass der Wehrholzbaum, den wir hier im Hain im, äh, Schlosshof sehen, dass das womöglich einer so der Letzten ist. Weil bekanntlich sind die alle abgeholt worden. Die Blätter nach oben, ja. Genau. Ja, ich, ich muss sagen, ich fand das sehr schön, wie sie über sowas, also es ist wieder ähnlich wie bei Rhaenyra in der ersten Folge, wie sie darüber, dass die, dass die Figuren, was in der, äh, äh, in der Szene über die Geschichte lernen, dadurch dann auch der Zuschauer was lernt, ohne dass es sich aufgedrückt anfühlt. Das fand ich sehr schön gelöst, tatsächlich. Ich hab der Folge, also der, dem Teil jetzt, muss ich zugeben, auch nicht wirklich so viel Beachtung geschenkt. Es ist, als Zuschauer ist es schon sehr viel, da muss man sich gerade mal, da hat man kurz mal Zeit, äh, sich zu orientieren. Moment, wer waren jetzt die Figuren? Ja, ja, ja. Da ist da ein Großteil tatsächlich dann gar nicht so auf die Namen oder so achtet. Äh, wir würden aber jetzt gleich mal nach Königsmund, äh, blenden, wo wir tatsächlich auch dann den Großteil der Folge überbleiben. Oder ich glaub den ganzen Rest. Ja, ich, ja. Ich weiß nicht, ob euch da die, die, die Überblende oder da auch die Bildsprache aufgefallen ist, beziehungsweise, oder ob es nur mir so, so ging, dass man von den Türmen her zu dem Eingangstor schwenkt und dann dort erst diese Targaryen-Banner sieht. Das fand ich sehr aussagekräftig, wer denn hier jetzt eigentlich die Macht hat. In jedem Fall. Ja, und dann sieht man eine kleine Kutsche da, hinkommen, es ist wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass da dort Renderer und Daemon, äh, aussteigen, weil es ist schon, es ist wirklich so eine ganz kleine Kutsche, sich da, ähm, und es gibt auch kein Empfangskomitee, äh. Obwohl sie da groß angekündigt werden. Das stimmt, ja, ja, der, ja, ja. Da ist da gar nichts, der Hof ist fast leer. Der Hof ist leer, so ein paar, äh, weiß nicht, Bedienstete gucken, was ist los und dann kommt dieser Lord Caswell, der kommt auch etwas zu spät, äh, und begrüßt sie dann noch, äh, und sie werden, äh, auch eingelassen und sehen sich etwas um und Rhaenora stellt da auch schnell fest, dass sich einiges verändert hat. Was sind zum Beispiel, Dom? Ja, allem voran, dass, äh, äh, irgendwo kaum noch Targaryen-Banner zu sehen sind und, äh, vor allem, dass jetzt im Ratszimmer, wo wir dann ja hinüberschwenken, dass dort, äh, der Stern der Sieben prangt. Ja, nicht nur dort, ne? Also, der, der, der prangt auch dort, die gehen dann kurz durch die Gänge da und du siehst auch schon einen siebenzackigen Stern, äh, dort einfach im Gang oder was weiß ich. Genau. Später nochmal in dem, beim Rad, ja. Und vor allem auch, äh, ganz, äh, prägnant um den Hals der Königin, ne? Also, Alicent. Die scheint offenbar sehr fromm geworden zu sein. Ja, das kommt, aber ich weiß nicht, wie, aber, na gut, es wurde doch schon, äh, angedeutet in den letzten Folgen und, wie gesagt, in zehn Jahren, 16 Jahren mittlerweile kann ja auch sich da einiges entwickeln. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass, äh, hier, äh, der Vorgänger von Viserys, Jaehaerys, dass der auch die Krone und den Glauben wieder so zusammengeführt hat, ne? Weil der Glaube hat tatsächlich, äh, sehr lange auch den Inzest der Targaryen verurteilt und so weiter und so fort. Der ist ja auch noch in Anführungsstrichen relativ neu, dieser Glaube an die Sieben, ne? Und der ist ja eher im Süden verbreitet als im Norden, äh, wo solche wie die Starks, äh, beispielsweise noch die Bäume anbeten und den alten Göttern huldigen, ne? Mhm. Wir sehen mal wieder eine kleine Ratssitzung. Ja. Jetzt die letzten Folgen sehr dosiert eingesetzt worden sind, gefällt mir. Äh, und, äh, in dieser Ratssitzung sehen wir natürlich auch den siebenzackigen Stern, beziehungsweise erfährt man erstmal so ganz nebenbei fast, dass der Konflikt an den Trittsteinen so gelöst ist. Ja. Also so nach dem Motto, ja, also da ist ja jetzt alles in Ordnung, vom Lord Bees Breeze. Den Namen fand ich ja sehr schrullig. Ja, im, im deutschen Lord Bienengraben. Der war ja auch in der letzten Folge, oder, warst du in der letzten oder in der vorletzten? Der war, ja klar, der vorletzten, da war der jetzt ziemlich verpeilt. Ja, stimmt, der es vercheckt hat, dass sie schon beim nächsten Thema sind. Ja, und hier ist auch wieder sowas ähnliches. Aber der labert dann da irgendwie. Ja, stimmt, der labert am Ende auch wieder von dem, von den Trittsteinen, ne? Genau, genau. Ach, nettes Detail, stimmt. Also sie, also sie, sie haben sich hier irgendwie geeinigt und haben jetzt irgendwie verbesserte Zollsätze und, äh, äh, die will irgendwie, der, genau, da, da ist irgendwie die Rede, dass, ähm, die, die Septone da irgendwie auch Geld haben wollen für ne, für ne Büste, äh, der, äh, der Mutter, glaub ich, oder so. Äh, nee, nee, ich, ich weiß es nicht. Oder der, der Jungfrau. Nee, 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 der Mutter, dachte ich auch. Der Mutter. Der Mutter, okay. Aber ja, also das ist schön, das ist ein netter Kommentar so nebenbei auch so, auch so, keine Ahnung, so Ikonografien oder so, die man sich da einfach so hinsetzt oder so. Also, fand ich, hat mir gefallen, so im Seitenhieb. Und wir haben vor allem noch jemand Neues im Rad sitzen. Also wir haben einige neue Gesichter, die ich auch nicht so ganz so ordnen könnte. Aber wir sehen ganz kurz, Lord Tyland Lannister sitzt jetzt im Rad. Ach ja. Na? Denken wir, ja. Ja, ja, und dann stößt, äh, äh, der erste Ritter mit der ewigen Jugend hinzu, ähm, Harold Resterling. Und berichtet vom Eintreffen der Gäste. Und, ah, diese Situation, ne, wo der, wo Otto, also diese ganze Scheinheiligkeit oder dieses ganze, ja, sind sie denn gut angekommen? Also ist denn alles in Ordnung? Ja, sie wurden so empfangen, wie sie, wie es gesagt wurde. Ach ja, sehr gut. Das ist so, ach, ihr, hm, sprichsaus. Kurz, also Alicent ist ja auch so, hm, okay, und dieses Outfit, was sie trägt, und sie wurde jetzt schon sehr viel mit Cersei und so weiter verglichen, vor allen Dingen letzte Folge habe ich das sehr, sehr, sehr oft gelesen, auch durch den Bezug zu ihren Kindern und so weiter, ja. Zurecht auch, ja. Und jetzt hat sie ja dieses dunkle Outfit dran und dieses Kettchen, was Cersei auch immer getragen hat, das, was so, so von links nach rechts so ein bisschen, also, hängt da, ja, ich weiß nicht, das ist Schmuck oder so, und eben diesen siebenzackigen Stern, aber das hat mich doch, also, vom Outfit her sehr an Cersei erinnert. Das dürfte auch Absicht sein, wobei wir hier eine andere Kostümdesignerin haben mit Janie Temein, ne? Ja, also sie dürfte sich da bestimmt orientiert haben. Ja, ja, natürlich, klar. Sven, wie hast denn du hier durchgeblickt? Gar nicht. Also, das allererste, was mir wirklich ins Auge gesprungen ist, ist natürlich klar der siebenzackige Stern und ich dachte, oh, der Glaube hat sich manifestiert und die sieben halten den Einzug, aber wenn die ja schon etwas länger aktiv sind, dann habe ich da wieder was verpennt. Ansonsten, ja, aber der Kleidungsstil, ich glaube auch die Farbe, ich habe jetzt nicht genau nachgeschaut, aber ich glaube, die Farbe ist auch so Cerseys Lieblings-Tracks. Es war nicht direkt, also, ja, ja, da habe ich nämlich auch gedacht, also, vielleicht war es ein, aber wenn, sehr, sehr dunkles Grün, weil es war schon fast schwarz, also so wirklich sehr, sehr dunkel. Deswegen hat es mich auch an die, an die, an die spätere Cersei erinnert. Ja. Und den Rest vom Rat, ich war nur fassungslos da. Der hat dich ratlos zurückgelassen. Du sagst, ich habe gedacht, juhu, endlich mal wieder kleiner Rat und dann guckst du hin und kennst einfach kein Schwein mehr. Du sagst ernsthaft, juhu, endlich wieder kleiner Rat, da bist du das Gegenteil von Paul. Zum bisschen durchschnaufen, dachte ich, und vielleicht siehst du halt altbekannte Gesichter, aber nee. Und ich sage mal so, also kleine Ratsitzungen sind ja auch, wie zum Beispiel mit der Thematik zu den Drittstellen immer ganz gut, um so Updates zu bekommen, wie es gerade so allgemein steht. Aber ich fand die, die Ankunft sowieso sehr bezeichnend, einfach, dass sich keiner um sie gekümmert hat und sie nicht wirklich mit dem Pompösen empfangen worden sind, was sie eigentlich auch schon, wo sie mit schon mitgerechnet haben. Ja, ein bisschen schon. Ja, ja. Ja, ja, also, die waren beide schon ziemlich enttäuscht, in Anführungsstrichen. Ich habe mich bewundert, warum sie nicht mit ihren Drachen, gut, warum sie nicht mit den anderen Reisen, mit den, mit den Jungs, überhaupt mit irgendeinem Kind. Ja, das stimmt. Nicht mal mit ihren, mit den Kleinen da, die wir dann sehen. Na gut, das ist schon. Es kam auch nur eine Kutsche, aber wahrscheinlich, ich weiß nicht, die sind nachgekommen. Wahrscheinlich kamen die einer anderen hinterher oder die haben ja auch, die haben aber auch Drachen, oder? Ja, ja, die haben ja auch Drachen. Vielleicht wird er auch mit denen geflogen. Ja, aber auch die Kleinen, die ganz Kleinen. Ach so, ach, die ganz Kleinen. Okay, ach. Die sind bestimmt noch nicht auf den Drachen geritten. Ich blick so langsam auch nicht mehr durch. Hier ist, hier ist aber auch im Rat ist auch schon Lord der Gezeiten das Thema Nummer 1. Stimmt, das wird auch angesprochen, ja. Und, ähm. Aber es soll, es wird erstmal verschoben. Genau, also, also, hier, also, Luceres wird ja dafür ins Gespräch gebracht, aber es wird dann auch irgendwie bezweifelt, ja, also, kann dieser kleine Junge denn eine Flotte befehligen, ne? Gerade die Flotte der Velaryons und dann schmeißt aber hier Lord Beastbury, der dann doch mal einen so seiner wachen Momente hat, ja, äh, seine Befähigung ändert ja nichts an seinem Anspruch, ne? Aber der ist trotzdem so ein bisschen, der wirkt sehr, sehr verwirrt, noch verwirrter eigentlich als vor sechs Jahren. Ja, aber es ist schön, also, das ist so ein kleines, also, es ist auch schön, dass sie das so, äh, weiter aufgreifen, ohne es jetzt, also, ohne jetzt einen großen Running-Gag oder so draus zu machen. Ja, äh, finde ich, ich finde es auch schön, Entschuldigung, ich, ich finde es auch schön, ähm, wo sie dann rausgehen, also, wo Alicent, äh, dann von diesem Serarik, der auch noch wichtig werden wird, tatsächlich, äh, von der Stadtwache hinausgeleitet wird, gehen die da einfach weiter zur Tagesordnung über, also, von wegen hier, äh, Steuer auf den Kauf neuer Wolle und so, ne? Ähm, das fand ich schon, das, das hatte wirklich was vom Bundestagskabinett, ja. Ja, vor allen Dingen, finde ich, was ich viel mehr bezeichnend finde, ist das, was sie nett sagen, sondern sie lassen sie einfach weiterhin warten. Ja. Ja, die sind angekommen, die wissen Bescheid, wissen auch Bescheid, wie sie, wie sie empfangen worden sind, was ja alles nach Plan läuft, aber man bricht dann auch nicht irgendwie ab oder beschleunigt es, nö, man geht dann noch ein bisschen stränzen, um sie noch weiter zu, ja, zu erniedrigen, ja, und zu fokken, genau. Naja, aber, also, Alicent wollte sich ja schon auf den Weg dann machen, aber da gab ich ja noch so einen kleinen Zwischenfall da, zu dem sie, zu dem sie da gerufen wurde, und da setzt sie dann da ganz klar die Prioritäten und sagt, na, da muss ich erst noch mal, äh, mich zu dem Zwischenfall im Prinzengemach erkundigen, aber das sehen wir ja dann, äh, nach der Szene, die jetzt kommt. Genau. Denn Damon und Rhaenyra, die kennen sich ja aus und sind inzwischen, äh, in das Zimmer oder in das Gemach von Viserys gegangen, auch das Modell steht immer noch da, jetzt mit, mit Rauch über den, über den Modellbauten, fand ich auch sehr bezeichnend. Ja, es hat Symbolkraft mal wieder, ne? Ja, und dann, und dann sehen wir, äh, Viserys zum ersten Mal dieser Folge, und jetzt ist das aufgetreten, was Stusis schon in Folge 5, glaube ich, für Folge 6 prophezeit hat, jetzt sehen wir ihn wirklich im Bett liegend und, also, ja. Uff, also, wie er, wie er ausschaut und ich hätte auch mit dem ersten Blick, hätte ich auch nicht mehr für möglich gehalten, was später, was er an Kraft noch da rauskriegt, also, was ich später noch mit ihm, ich hätte es ihm nicht zugetraut, ich hätte gedacht, okay, das ist jetzt wirklich schon die letzte Szene, die wir von ihm sehen. Ja, also, ich musste an, äh, hier aus der Serie Hannibal oder auch aus dem Kinofilm von Ridley Scott, ich musste an Mason Verger denken, äh, liegt ja auch nur noch im Bett, aber hier ist es wirklich, also, eine Gesichtshälfte von ihm ist ja verbunden, ne? Das hat schon fast, das hat was von, von Two-Face fast schon und wir erfahren dann ja auch später, warum es so ist und meine Güte haben die ihn ja aufgemacht, also, in der ganzen Folge, man muss sich vor Augen halten, Paddy Considine ist gerade mal 49, das ist also ein Mann in seinen besten Jahren eigentlich und er sieht hier aus wie, boah, ey, das ist, also, also, ich meine, wir haben's ja, du hast ja gerade schon drauf angespielt, Paul, man kann ja durchaus geteilter Meinung sein, wie sie den Verfallsprozess von Viserys in der Serie verhandelt haben, aber ich muss sagen, sie kommen hier an einen Endpunkt, der wirklich reinhaut und auch nachhalt, wie ich finde. Für mich ist das das, das Kernstück der Folge, also wirklich, ja, auch, auch was Paddy Considine hier abliefert, das ist einfach, wow. Ja. Sven, wie, wie war dein erster Eindruck von ihm? Hm, also, ich hab mir's schon fast gedacht, weil ich finde auch, wenn sie, was ihr ja auch schon angesprochen habt, wenn sie über das Modell, über seine Modelleisenbahn gleiten, siehst du ja auch, das Ding ist, das Ding ist eigentlich verfallen, da wurde nix mehr dran gemacht und dann der Übergang ins Zimmer und du siehst ihn dann, das war schon, das war schon, also, was heißt, es war schon heftig, es war sehr gut gemacht, super gespielt, du merkst auch, es strengt ihn alles an und am liebsten müssen wir hingehen und sagen, hier hast du einen Block und einen Stift, schreib's auf, kostet weniger Kraft. Was ich auch von den, von den beiden, auch von Venera und von Damon, fand ich auch die Gesichter sehr bezeichnend, wobei sie sich ja beide, also zumindest Damon mit seiner, mit seinem Ausdruck immer sehr zurückhält, aber der Blick, er war schon entsetzt, was aus seinem Bruder halt geworden ist. Und viel krasser finde ich's eigentlich, dass man, ich weiß, ich greife jetzt ein, zwei Sekunden vorweg, aber dass man, sie präsentiert ja dann die Kids, dem Horror-Opa, also die schlafen doch nie wieder ein, wenn die das sehen. Ja, das hab ich mir auch gedacht. Sag mal, ich mein, gut, die sind generell ja nicht so zimberlich bei so Sachen, das haben wir jetzt ja schon auch oft genug mitgekriegt, aber da denk ich mir doch, also, das ist doch nicht das Bild eines Königs, das du deinen Kindern beibringen willst. Ja, aber die sind so klein. Ja, aber, oh. Ja, ja, das brennt sich ein. Das brennt, also sowas vergisst du, glaub ich, nimmer. Also, ganz ehrlich, ich hab auch, ich hab auch mit ihm in dieser Szene eigentlich abgeschlossen, ich hab mir noch so gedacht, ach, schade, ich mochte Paddy Considine. Also, wird wahrscheinlich diese Folge nichts mehr, jetzt sehen wir eben wirklich nur noch dahin, sieh ich ihn dahin, schwinden. Ja. Damon, ach ja, also, den beiden, beziehungsweise, also vor allem Damon, geht's ja dann auch erst mal dann doch wieder um das Bekannte oder um, Tagesgeschäft. Genau, um das Tagesgeschäft, mit Driftmark und er erzählt ihm ja das auch alles und, ach, ich weiß nicht, wie viel Viserys davon mitbekommt, dort in dem Kämmerchen wahrscheinlich nicht viel. Ja, wie viel er dann so in der Situation mitbekommt, muss man sich vielleicht gar nicht mal so fragen, weil, ähm, ja gut, er kann vielleicht nicht mehr so auseinanderhalten, wann was war, hab ich das Gefühl. Aber er weiß auf jeden Fall noch, dass sie doch gewonnen hatten gegen die Triarchie. Und Damon sagt dann ja, nee, die sind wieder erstarkt und die Sehschwander sind schwer verwundet. Fand ich aber auch ein schönes, also fand ich auch schön, weil das ja auch in der Serie wirklich sehr, sehr groß inszeniert worden ist, wie Damon da nach dem Sieg über dem Crabfeeder reinmarschiert kam und sich die Kinder wieder versöhnt hatten. Und dass das so bei ihm hängen geblieben ist, das fand ich auch ein schönes Detail, ja. Ja, und, und Rhaenyra, auch wieder hier ist es, Rhaenyra, die ihn da wieder bremst, also die Damon diesmal bremst und sagt, dass sie ihn stattdessen jemanden vorstellen möchte. Mhm. Und dann sind da plötzlich noch mehr Kinder. Ja, Aegon und Viserys. Ja, und jetzt geht's, ja. Jetzt geht's auch noch los, dass hier doppelt benannt wird. Ja, nicht ungewöhnlich für die Targaryen, wenn man mal überlegt, wie viel der Aegon das hier schon ist. Und man darf nicht vergessen, das wird hier sogar weggelassen. Rhaenyra hat ihren Sohn nämlich aus reiner Provokation Aegon genannt, nämlich weil es jetzt zwei Aegons gibt. Naja, klar, also das hätte ich aber auch so gesagt. Also, das lag nahe. Ja, was halt hier nicht zum Tragen kommt, in dem, soweit ich weiß, heißt es in dem Buch, dass irgendwie Königin Alicent so dermaßen außer sich gewesen sein soll. Dass sie irgendwie drei Tage mit jemandem gesprochen hat oder irgendwie sowas. Ja gut, das passt, ja. Viserys verweist dann aber tatsächlich auch auf Alicent und Otto, dass die sich jetzt irgendwie um die Regierungsgeschäfte kümmern. Da dachte ich mir auch so ein bisschen, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen wie bei Queen Elizabeth der Zweiten gewesen, wo ja auch schon irgendwie hier William und Kate dann die meisten Tagesgeschäfte für die Queen erledigt haben. Und die ist dann wahrscheinlich auch an Altersschwäche gestorben, ne? Ich hab mich in der Szene wirklich kurz gewundert, wo diese Kinder plötzlich herkommen. Weil sie waren in der Szene zuvor, ja gut, sie sind halt noch wirklich klein, aber in der Szene zuvor auf Drachenstein hat man sie auch nicht gesehen. Und dann zaubert sie sie da wirklich irgendwo hervor. Man hat sie auch nicht ankommen sehen. Die kamen dann wirklich, die waren aneinander einfach da. Wo habt ihr die hingestellt? Wo habt ihr die plötzlich hergeholt? Also die ja auf Dragonstone, da können die ja vielleicht noch irgendwie, die könnten ja bei einer Amme oder so gewesen sein. Die sind ja natürlich richtig klein. Naja, das fand ich ein bisschen, aber ich weiß nicht, vielleicht wollten sie die Überraschung da in dem Moment einfach für diesen Moment aufsparen. Dass man quasi das vielleicht auch aus Sicht von Viserys so ein bisschen, dass man derselbe so, huh? Ja, wahrscheinlich. Man muss ja sagen, also Damon ist ja, ich mein, der ist ja jetzt nicht unbedingt der emotionalste Mensch, aber der wirkt tatsächlich auch ein bisschen betroffen. Der reicht dann auch seinem Bruder tatsächlich dann den Tee an, als der ihn dringend braucht. Aber letzten Endes legt er ihm auch auf den Tisch, ja, wir brauchen dich, du musst dich aussprechen für Luke als Nachfolger von Corlys. Interessante Dynamik zwischen dem war auch interessanter, wie die beiden Brüder hier in der Folge agieren. Und ich ärgere mich immer noch tierisch über das, was sie mit Damon in Folge 5 gemacht haben. Das wurmt mich echt noch bis zu dieser Stelle. Und ich werde es auch nicht los. Viserys trinkt dann ja den Tee. Genau. Und dann gibt er ihn auch zurück. Und da ist schon so, also ich habe mir auch schon gedacht, Tee, das ist ja, das ist, wie würde die Jugend sagen, das ist Sass. Also, das ist verdächtig. Da stimmt was nicht. Und also Damon unterstreicht das ja dann auch, indem er den Kelch nimmt und wirklich, also offensichtlich, er konnte ja da, glaube ich, nicht dran riechen. Und auch sein Gesichtsausdruck ist so, hä, was ist das? Was gebt ihr ihm hier? Ja, ja. Ja, und der ist dann ja auch, ich glaube, Viserys stöhnt dann ja irgendwie auch und ist dann zu schwach, noch weiterzusprechen. Und die Kinder weinen dann schon. Also, die haben sich jetzt schon traumatisiert mit Opa-Paar. Herzlichen Glückwunsch. Mhm, ja. Ich habe mir dann überlegt, ist es ein Trank vielleicht, der dem auch noch vielleicht so ein bisschen zusetzt und Viserys vielleicht noch mehr in die Knie zwingt? Achtung, Überblende, denn jetzt sehen wir eine junge Frau, die vor Alice sind am Boden kniet. Ja, das war jetzt aber eher so eine Überleitung für den Podcast. Die war spitze. Und auch noch mit Tee hier. Hier geht's das Tee-Motiv noch weiter. Wunderbar. Ja. Und ich bin gespannt, wie ihr das jetzt verstanden oder wie ihr das gelesen habt. Wir sind nämlich dann bei dem Zwischenfall, zu dem Alicent geholt wurde. Oder wir sehen hier erst mal das Gespräch mit Diana, heißt sie, glaube ich. Mhm. Ein Dienstmädchen. Genau, einem Dienstmädchen, die dem Prinzen, glaube ich, Wein gebracht hat. Was ich interessant fand, es wird nicht gesagt, welchen Prinzen, ne? Ja. Aber ich mich auch, okay, wollte jetzt hier so ein kleines, sollen wir jetzt raten, ob's, ob's, also klar, es lag sehr nahe, dass es Aegon ist. Aber ich fand so, man, ich hab so, warum spricht die es nicht einfach aus? Also, deswegen, ma. Und sie hat dem Prinzen Wein gebracht und plötzlich hat er hinter ihr gestanden. Und ich find's gut, dass hier auch nicht lang und breit erzählt wird oder sogar gezeigt wird, was passiert ist, sondern dass man sich das sehr, sehr gut daraus erschließen kann, was passiert ist. Und, also, ich meine, die Arme ist so am Zittern. Also, es ist wirklich, oh mein Gott, die ist wirklich am Boden. Ja, die schreit jeden Moment MeToo, ne? Hab ich das Gefühl. War aber auch, also, man muss sagen, hier tritt Alicent wirklich so als, äh, Autorität auf, ne? Aber trotzdem auch mit einem gewissen Einfühlungsvermögen. Ja, wobei ich, ihren Blick, ihren Blick verrät alles. Und in dem Moment fand ich sie nicht mitfühlend, sondern eher eiskalt. Ja, sie, sie gibt sich am Anfang mitfühlend. Ja, und es gibt ja auch diese, diese Umarmung, weil, weil sie das ja auch nicht in Frage stellt. Und ich glaube, also, ich glaube auch, dass sie ihr glaubt, weil sie kennt ihren Sohn. Und sie weiß, was das für ein schwacher Kopf ist. Und sie glaubt, sie weiß, dass das passiert ist, ja. Was, was sie glaubt, sagt sie dann ja, ist ja nicht maßgeblich. Also, da, da ist halt auch dieser Turn von wegen, ja, es ist nicht deine Schuld und ich glaube dir. Aber die größere Sorge, die ich gerade habe, was glauben andere? Und dann tritt sie auch wieder zurück und dann nimmt sie da ein paar, ein paar Schritte zurück. Und, ja, da ist sie dann wirklich die kalte Königin. Und, ja. Und serviert ihr dann auch einen Tee? Also, ich glaube mir nicht, dass es nur ein Abtreibungstee war, oder? Nee. Das ist die Frage. Denn es gibt ja dann noch diese Szene. Richtig, ja. Mit Aegon. Und da, also, da kam dann ja auch ein Dienstmädchen rein, die fragt nach Diana. Und Alicine geht einfach nur schweigend auf sie zu und nimmt sie ganz fest in den Arm oder drückt sie. Und das war für mich ... Das war merkwürdig. Ja, und das war so, okay, fuck. So richtig bestätigt wird es natürlich nicht, es wird nicht ausgesprochen. Aber Sven, ich höre, dass du es ähnlich siehst. Ja, also, nachdem sie ihr den Tee, dachte ich, oh, es geht wieder Mondtee. Aber dann nach dieser Szene, als es sie einfach wortlos in den Arm nimmt, dachte ich, okay, gut, das war nicht nur Mondtee. Das war Gift. Also, wirklich so, dass er halt stirbt. Ja, glaube ich auch, ja. Warum soll ich sie sonst in den Arm nehmen? Weil, die kann sie ja nimmer, die kann sie ja nimmer. Sie zählt ja eher noch auf, wem sie das alles erzählt hat. Und so jemanden kannst du da nicht noch mal rumlaufen lassen. Und das Schlimme ist ja, also, das ist auch ein Motiv, was sich dann irgendwo spiegelt. Weil zum einen gibt es dann für den mutmaßlichen Mord an dieser Diana keine Zeugen. Aber es gab auch keine Zeugen für die mutmaßliche Vergewaltigung von Aegon. Also, alle könnten glauben, ja, du willst ja den Prinz hier nur in Verruf bringen. Oder du hast ihn wahrscheinlich da sogar zu angestachelt, dich anzufassen und sowas. Die gibt ihr vor allem auch eine Münze für ihren Kummer und reicht ihr dann den Tee, ne? Ja, gut. Das glaube ich auch. Das war aber eher so wie ... Besenftigen. Genau, dass sie vielleicht dann den Tee trinkt. Den Tee nimmt. Genau, weil sie so von wegen, er hat mir jetzt hier das Geldsäckchen gegeben, damit ich danach gehe oder so. Das war schon eine merkwürdige Szene. Ich weiß auch gar nicht, habt ihr mal darauf geachtet? Ich hatte ja schon mal auf die verwiesen, aber das war ja eigentlich nur so ein kleines Easter Egg. Die taucht, ne? Taucht die in der Szene auf? Ich glaube, das ist die, die auch deine Alison umarmt. Diese Talia, die ja gespielt wird von Alexis Rabin. Das ist ja die, äh, die Ehefrau von, äh, Regisseur Migesa Potschnik. Äh, das kann sein, dass das auch die war, die schon folgend zuvor aufgetaucht ist. Ich hab's aber nicht erkannt. Oder nicht, äh, mit einer oder der anderen, äh, verglichen. Ja, weil die scheint ja durchaus ... Die hat ja eine ganz kurze Szene dann hier noch einmal, nur wirklich für sich, wo sie dann wohin geht, ne? Aber da kommen wir später dazu. Ja, na gut. Gut, ähm, wir sehen Alison dann, wie sie Aegon unsanft weckt. Und da hab ich immer noch gedacht, es wurde immer noch nicht gesagt, welcher Prinz. Und ich hab erst gedacht, sie stellt jetzt hier Aegon zur Rede, weil Aegon sich ja auch erst blöd stellt. Und, äh, was ist los? Es war doch nix und so. Hab ich gedacht, war's vielleicht doch, Eamon, dass er jetzt so komplett verwerflich geworden ist. Ähm, aber nein, es war Aegon, der auch, na ja, also, ja, über den Typen, weißt du, der braucht, also, war auch beim Friseur. Und sie sieht auch, wie ich finde, irgendwie, weiß ich nicht, sehen sie sich nicht so richtig ähnlich, finde ich. Aber ... Ja, das ist ja jetzt ein anderer, ne? Ja, klar, klar. Das ist ja hier, ähm, wie heißt der noch mal? Tom Glyn Kani oder so, ne? Den haben wir zum Beispiel ... Vom Verhalten sind sie auf jeden Fall ... Ist es derselbe Aegon. Und, äh, da kommt auch ein Satz, den wir auch in Game of Thrones sehr oft gehört haben, äh, you are not a son of mine. Da muss ich jetzt sofort an Tyrion und Tywin denken. Und gleichzeitig ist Aegon aber auch, auch irgendwie fertig mit seinen Nerven. Und ich sag mal so, das Mitleid hält sich da wirklich in Grenzen bei, bei dem Typen. Aber auch Alicent ist halt total unfähig, ihm da irgendwie, also als Mutter, das funktioniert einfach nicht. Gar nicht, nein. Vor allem, es fällt wieder auf, sie verurteilt gar nicht mal unbedingt, was er tut, sondern nur, was andere denken könnten. Genau, die ist mehr, äh, ist mehr besorgt um das, was die anderen erzählen könnten, als das, was diesem armen Mädchen tatsächlich angetan wurde. Aus, aus ihrer Sicht, sie hat ja das beste Beispiel direkt vor der Nase. Ja. Ja, was, also ich meine jetzt nicht, nicht, nicht Aegon, sondern, ähm, Rhaenyra, die ja mit, mit ihren Sonderlingen, mhm, ja, auch so, also, ja wirklich in die Vollen gelangt hat. Anders, da kann man sich überhaupt nicht mehr rachten. Ja, ja. Und da, da sieht sie ja, was, was passieren kann und wie wackelig der Stuhl ist, auf dem sie und Otto sitzen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ähm, äh, also sie, sie schlägt ihm dann ja irgendwie auch ins Gesicht, weil der irgendwie sie nicht wirklich für voll nimmt und sagt von, wie, ja, was soll denn das Theater, chill mal. Und dann kommt aus seinem Mund aber auch irgendwie was, wo man ihn auch verstehen kann. Naja, sowas, das meinte ich mit, der ist selber nicht so richtig, also, er, ich versuche doch das zu machen, was ihr mir immer sagt oder so. Genau, genau. Damit spiegelt er im Grunde genommen sie auch, ne. Ist schon, ja, es ist wieder das Grundmotiv, äh, von George R. Martin, äh, wie, äh, die, die Elterngeneration das immer an ihre Kinder weitergibt, ne. Man erntet, was man sät, sozusagen. Ja, wobei, ich finde, dass er grad so mit seinem, ich meine, das haben einige, aber er hat so leichte, so leichte Jeffrey-Vibes. Ja. Ja. Der Typ ist es total crazy. Ja. Ne, von seiner Freikörperkultur-Eiweißschleuderei brauchen wir gar nicht anfangen. Wir nennen das, er macht den Homelander. Er macht den, ah, okay. Aber, also, ich hatte überhaupt, ich hatte mit beiden Nullmitleid. Das hielt sich bei mir komplett auf Level Null. Ich dachte nur, du, A. Das seid ihr, ja. Und ihr, dachte ich nur, ey, jetzt ist der, also, der Moment ist schon lange vorbei, um deinen Sohn mal wirklich manieren beizubringen. Aber, ja. Guck, dass du wirklich den Schaden so, also, das hört sich jetzt wirklich böse an, aber aus dessen Augen so gering wie nötig, also, wie möglich hältst, ja. Was ihr ja auch versucht. Ich hätte aber in einer Richtung noch eine Frage an euch. Wie habt ihr das verstanden, dass Alison diesem Dienstmädchen, was da reinkommt und in den Hals fällt? Weil die sagt dann ja erst, also, die kommt rein. Das ist auch, glaube ich, nicht diese, diese Talia, sondern eine andere. Und die sucht diese Diana, denn die sollte die Kinder anziehen und bereit machen wohl irgendwie. Und dann fällt ihr Alison um den Hals. Das habe ich irgendwie nicht verstanden. Naja, das war, also, für mich war es die Bestätigung. Und Sven hat das, glaube ich, vor fünf Minuten oder so auch schon gesagt, dass das eben kein Abtreibungstee war, sondern vielleicht dann doch ein Gifttee. Und sie wollte somit schon mal ihren, also, so von wegen, du armes Mädchen, du weißt noch gar nicht, die gibt's nicht mehr. Ja. Also, das war dann für mich wirklich die, ja, die Konsequenz. Ja, diese Geste fand ich so seltsam. Ja, ich glaube, sie funktioniert für mich auch eher eben als Bestätigung dieser Szene als jetzt als eine Aktion von Alison. Und deswegen finde ich, also, aufgrund dessen, dass sie ihr sofort um den Hals fällt, finde ich auch die Umarmung davor mit Diana nicht wirklich glaubhaft. Weil sie, und deswegen habe ich auch gemeint, ich finde, die ist eiskalt. Ja. Ja, ja, ja. Ja, aber das schwankt immer so ein bisschen. Man wird aus der manchmal nicht schlau, immer noch. Ja, und ich, wie gesagt, also, ich finde auch nicht, man versucht ja wirklich, die Fraktionen aufzubauen, was man ja auch die letzten Folgen oder die letzte Folge insbesondere sehr gut gesehen hat. Und also, auf Alicents Seite wurde, glaube ich, auch in den Kommentaren erwähnt, die Grünen, die sind jetzt nicht so gut aufgestellt, was jetzt SympathieträgerInnen oder was überhaupt Charaktere angeht, die man, nee, Dom, sorry, aber Otto ist absolut kein, nicht, nicht Otto, aber Alicent ist ja, also, man ... Ja, Alicent vielleicht, ja, aber wen hat sie denn noch an ihrer Seite? Lord Bumblebein? Naja, also, hier, Veymant, der ist ja, genau. Ja gut, Veymant hat sich ja erledigt. Ja gut, jetzt, aber da kommen wir ja noch zu. Aber das, also, ich wehre mich dagegen zu sagen, dass die Serie sich zu sehr auf Rhaenyras Seite schlägt, weil es gibt immer wieder so ein Wechselspiel zwischen beiden. Na, ich würde aber auch sagen, dass Rhaenyra mit Damon ... Ich würde jetzt, also, ich lese viel über Damon und ich kenne auch sehr viele Leute, die Damon wirklich zu ihrer Lieblingsfigur erklärt haben. Inklusive George R.R. Martin, ja. Ja, kann man jetzt natürlich auch, also, der ist jetzt auch nicht so frei, aber der steht bei Rhaenyra, dann ... Also, ich finde, da sind noch so mehr, auch Reynes natürlich irgendwo. Ha, würde ich nett sagen. Naja, wir können das ja auch dann noch mal, wenn wir da noch mal die ... Bei der Szene sind. ... den Thronsaal dann machen. Genau, falls wir da heute noch hinkommen. Naja, oh Gott, wenn ich das schon sehe, ne. Gut, Alicent geht jetzt endlich zu Damon und Rhaenyra. Widerstehen sich beide Kontrahentinnen gegenüber, während Damon sich da auf einem Stuhl gemütlich macht. Fand ich auch sehr schön. Und dann gibt's auch wieder da so, und ich hab's genannt, ein doppelzüngiges Gespräch, so von wiegen, ach ja, der König ist natürlich noch an der Macht. Und ja, das, was wir hier mit ihm ... Die Maester und die des Heilmittels geschieht alles nur aus Nächstenliebe. Und dann, glaube ich, der Sieben und so weiter. Das war aber nur so ein ganz sanfter Anstoß so für das, was wir eigentlich in dieser Folge auch noch von den beiden oder von den Fraktionen zu sehen bekommen. Ja, Damon ist ja auch erst so ein bisschen, sitzt da so und feigst sich ein und lässt die erst mal reden, Alicent. Und dann gibt er sich aber sehr angepisst darüber, ja, also hier sind über die Targaryen-Wappen entfernt, ihr ersetzt eine ganze Dynastie durch deine Götzen und Sterne. Und Alicent ist dann aber ... Also da merkt man, dass Alicent sehr, sehr gläubig ist, weil sie spricht dann davon, ja, das sind Symbole, die uns an eine höhere Macht gemahnen sollen. Und deswegen, weil es das gibt, der Vater, also der Vater einer der Sieben ist gerecht und deswegen verzei ich dir diesen Frevel, den du da ... Oder diesen Vorwurf, den du gerade äußerst. Das wirkte für mich halt auch wie so ein ... Einstudiert. Natürlich, und es wirkte für mich mehr so hier Marguerite Hyrell-mäßig, die sich da in den letzten Staffeln von Game of Thrones oder in Staffel 5 und 6 da dem Glauben der Sieben geöffnet hat und so. Also so, aber dafür sehe ich halt keine Anzeichen bei Alicent, weil dazu weiß ich, also sehe ich zu wenig davon, wie ihr genauer Beziehung zu dem Glauben ist. Aber es wirkte halt alles so, also es ist alles ein furchtbares Schauspiel. Also jetzt nicht von der Leistung her, sondern von dem Miteinander, was die Charaktere da betreiben. Man hört ja dann auch raus, dass die sich jetzt wirklich jahrelang nicht mehr gesehen haben. Und Alicent begrüßt sie dann ja so, ja, ach, das ist ja schon lange her, dass ihr uns mit eurer Anwesenheit beglückt habt. Und dann gibt es auch, das fand ich sehr gut, da gab es so eine Einstellung, wo man genau die Narbe an Rhaenyras Arm sieht von dem Schnitt. Und also man merkt, sowohl Rhaenyra als auch Daemon trauen dem Ganzen nicht wirklich. Und Rhaenyra wirft ja auch vor, ja, was machen denn hier die Maester? Die halten Viserys anscheinend gefügig mit Mohnblumensaft, ne? Ja, und es ist auch so wie so ein Vorwurf gegenüber den Maestern, den ja auch Rhaenys den Maestern von Daemon gemacht hatte. Also so ein bisschen so dieses Misstrauen dafür, dass sie nicht in der Hand, dass sie selbst nicht die Macht haben, dass sie für ihn richtig sorgen können. Ich glaube, Rhaenyra ist auch der Meinung, dass sie besser für ihn sorgen könnten. Ja, Rhaenyra will ja vor allem, also sie ist ja, bevor Alicent reinkommt, ist sie ja völlig schockiert über das. Also ihr Vater sieht aus wie ein anderer Mensch für sie. Und sie will den dann von ihrem Maester Geradis, den sie irgendwie, das ist der, den sie da, ja, der mit Dings da gelernt hat, glaube ich, ne? Mit Jace in der anderen Szene. Warum lachst du jetzt über Geradis? Nein, weil das auch wieder so ein Name ist mit J und mit A, E und Üs hinten. Da war ich kurz, hatte den Namen gar nicht auf dem Schirm. Ja, ich, ich. Er passt jetzt so schön, es klang so wie ausgedacht, aber es passt halt so in diese Welt. Ja, ich, ich muss zugeben, ich hab den Namen dann mal kurz gegoogelt, als ich die Folge noch mal gesehen habe. Ich hätte mir nämlich auch gedacht, dass das eventuell eine Anspielung ist, weil einer der Produzenten heißt, soweit ich weiß, Wins Geradis, der war ja auch schon bei Game of Thrones dabei. Und ich dachte mir, ist das vielleicht, das machen ja Showrunner gerne mal, ne? Dass sie irgendwie ihre Namen sonst wo verewigen da. Naja, klar, warum nicht? Wir kommen noch später auf diese Konstellationen, auf die anderen zu sprechen. Ich würde jetzt noch mal kurz zu Jace und Luke gucken, die auf dem Weg so ein bisschen zum Übungsplatz sind. Dort sehen sie Kristen Cole, zum Glück mit einer der wenigen Szenen in dieser Folge. Und der kämpft mit Aemond. Und Aemond, gut, das ist wirklich, also bei ihm hat man es sich mit der Augenklappe natürlich sehr gut gemacht, dass man ihn sofort erkennt. Und ich finde auch, der Schauspieler passt. Und er hat auch direkt wieder so eine Aura. Und dieses, wie sie da über den Hof streifen, die beiden Brüder da. Und dann ist dann dazu kommt, dass auch Aemond die beiden Brüder oder beziehungsweise, nee, doch, er fordert beide, also er fordert seine Neffen quasi zum Kämpfen heraus. Das finde ich, ach, das hat das von letzter Folge wieder schön aufgegriffen. Und Aemond ist halt, also ihn konnte ich am deutlichsten aus letzter Folge wieder mitnehmen. Ja, das ist genau der, den ich auch letzte Folge, am Ende gesehen habe. Es sah ein bisschen aus wie so ein Elb. Ja, irgendwie schon. Also er könnte auch gerne, ich weiß gar nicht, den Schauspieler hier, Evan Mitchell, den kenne ich persönlich nicht. Der scheint, wie ich das jetzt hier sehe, der war zum Beispiel in High Life neben Robert Pattinson zu sehen. Aber ich kann mich jetzt nicht erinnern. Und da war ein paar, The Last Kingdom war der ziemlich lange drin wohl. Also in der Serie. Also ich kenne ihn nicht, aber ja, nee, das passt. Also der hat auch diese feixenden Gesichtszüge, der wirkt ja eigentlich noch mehr wie so ein Daemon 2.0 eigentlich. Ja, nur mit Augenklappe. Er wirkt auch wirklich wie so ein Fantasy-Charakter. Wenn man nicht seine Vorgeschichte so wüsste, so könnte man auch mal jetzt irgendein Pirat, der irgendwie zur See gefahren ist und jetzt hier sein. Ja, der folgt jedenfalls heraus, aber bevor die sich da auf dem Übungsplatz begegnen können, da wird groß das Tor aufgefallen, mit sehr viel mehr Tamtam als bei der Ankunft von Daemon und Nura. Die Ankunft von Vaemon Valerian. Genau, flankiert von, ist euch das aufgefallen, was die Soldaten, die ihn eskortiert haben, was die für ein Wappen trugen? Er hat ein kleines Türmchen, oder? Genau, hohen Turm. Und auch in grün gewandet. Und da fiel mir auch auf, ich weiß nicht, ob man es hier zum ersten Mal gehört hat. Ich glaube, die Valerians haben sogar ein eigenes Musikthema von Javadi spendiert bekommen. Das habe ich mir dann auch gedacht, ja. Das, was dort anklang, das war ja auch schon ... Ja, dass sie überhaupt eins da in dem Moment bekommen, das klang so, ja. Und ich muss sagen, ich fand es sehr schön in der Szene, wie Luke und Jace da irgendwie runtergehen. Und dann, man hört wirklich, dass es lange her ist, dass sie nicht mehr da waren. Also, die kommen da irgendwie runter und sagen so, ja, hm, also, der Hof kam mir irgendwie größer vor früher. Da waren sie natürlich noch kleiner, das ist klar. Und man hört dann ja auch den ... Es ist ja wirklich ein offenes Geheimnis da am Hofe, aber keiner darf es aussprechen, der seine Zunge behalten will. Und Luke meint dann, niemand würde das wohl in Frage stellen, wenn er mehr nach seinem Vater, in Anführungsstrichen, Lenor Velaryon aussehen würde und weniger nach Hauskraft. Hier ist übrigens auch eine schöne Anspielung auf das ... Also, wo sie sich da irgendwie dran erinnern, an Ser Christons Morgenstern. Ich weiß gar nicht, ob man es gesehen hat, ich glaube nicht. Aber mit einem Morgenstern war ja bekanntlich das, womit der Night of Kisses bei diesem Turnier attackiert hat, ne? Also, in der Vorlage. Das ist ja für die Serie irrelevant. Ich glaube, man sieht die Spuren davon im Gemäuer. Ja. Fand ich aber einen schönen Seitenhieb. Genau. So, oh Gott, wir müssen echt ein bisschen aufs Tempo drücken. Ich würde auch gern ... Also, es gibt eine kleine Szene zwischen Alice and Otto und Wayment, wo er eben kurz so die beiden, aber auch nur die beiden, den beiden begegnet. Ähm, und da auch noch mal, äh, betont sein Anliegen und so weiter. Ja, äh, Otto und Alison sind hier halt, äh, essentiell. Also, Otto, äh, schmeißt ja dann rein, dass Jaehaerys und Viserys, die haben hier jetzt, äh, so und so viele Jahre, äh, hintereinander den Frieden gesichert. Aber jetzt besteht nun mal die Gefahr eines Krieges. Und, äh, Alison merkt man eigentlich an, dass sie irgendwie schon das Richtige tun will. Also, sie sagt, sie will irgendwie zum Wohl ihrer Untertanen handeln. Und dann macht ihr Wayment das aber auch schmackhaft. Ja, also, der nächste Lord der Gezeiten, der wird tief in der Schuld der Krone stehen. Und das mit der vollen Stärke trifft Marx. Na, und alle, man merkt es, das ist auch so morbide an der Szene. Man hofft, man merkt, dass die wirklich hoffen, dass Corlys das nicht überleben wird. Na, seine Verlustung. Ja, aber ganz, also, das trinkt bei Wayment ja die ganze Zeit durch. Ja. Also, ja, diese kleine Szene, wie gesagt, finde ich dann, die später noch ... Der und Otto passen aber auch, äh, Entschuldigung, der und Otto passen aber auch gut zueinander, weil es sind auch beides Zweitgeborene, ne? Ja. Äh, genau wie Damon. Wer noch mitgereist ist, ist, äh, nicht nur Wayment, äh, sondern auch Reynes. Und die sehen wir nämlich dann vor dem besagten Bärholzbaum stehen. Und jetzt, äh, Sven, kannst du ja vielleicht auch noch mal, wie ist denn noch mal so dein Eindruck, äh, von Reynes und Rhaenyra. Das Verhältnis hatten wir zu Beginn schon, ist natürlich angeschlagen und angekratzt wegen des vermeintlichen Mordes an Laenor, dass Rhaenyra zwar natürlich abstreitet, ähm, aber Rhaenyra, äh, ist ja schon, ist sich da schon sehr sicher, dass Rhaenyra da ihre Finger mit im Spiel hatte. Wie hat dir dieses Gespräch zwischen den beiden gefallen? Ein ganz ruhiges, aber wie ich finde, also ich hab mich ja wirklich gefreut auf dieses Gespräch, weil das ja schon in der zweiten Folge so schön war zwischen den beiden. Und auch hier hat mir das wieder sehr toll gefallen, weil Reynes hat einfach so eine Ausstrahlung. Toll. Ich find, bei, bei Reynes merkst du es jetzt nach dem Tod, also, ne, von ihrem gedachten Tod, von ihrem Sohnemann, hat sie ganz viel Verbitterung, Wut und das siehst du ihr auch an, sie braucht nichts zu sagen, die guckt dich an und du weißt genau, die steht so unter Dampf, gib ihr nur ein Streichholz, einen kleinen Funken und dann geht's rund. Echt? Wobei ich das nicht glaube, weil sie eher so die, die ruhige ist. Ich glaub, sie ist, sie plant und sagt, okay, wir machen das jetzt so, wir gucken hier, aber dieser, grad dieser, dieser Konflikt zwischen beiden ist unheimlich spannend gemacht und die brauchen auch nicht viel Worte, die brauchen sich nur anzugucken und du siehst die Blitze in den Augen, wie jeder jeden irgendwie zerstört, aber irgendwie müssen sie doch einen Weg gemeinsam finden, also sie brauchen einander und das wissen sie auch. Ganz ehrlich, ich würd's, ich würd's dieser Figur so gönnen, dass sie weiß, dass sie ihr, dass ihr Sohn am Leben ist und ich glaub auch, auch, also selbst wenn sie das wüsste, sie würde das Spiel doch auch mitspielen, oder? Natürlich ist das ein, ist das ein, ist das ein erneuter Risikofaktor, aber, ach Lenor, kannst du nicht mal so ein, so ein Briefchen schreiben mit was, was nur du weißt? Mit einer Ansichtskarte. Oder so, genau. So von wegen, also das wär, ach vielleicht, mal sehen, vielleicht machen sie das ja irgendwie, so ganz klein, so einen subtilen Hinweis, dass sie das, weil, also, das ist diese Figur, die hat so viel durchgemacht, obwohl wir sie nicht oft zu Gesicht bekommen, aber ich find, und sie weiß ja auch, wie das Ganze abgeht und, ach. Ich find da den Kontrast zwischen Rhaenyra und ihr in der Szene sehr interessant, obwohl sie beide ja eigentlich auf derselben Seite sind, also auch so von der Farbe her, sag ich mal, die sie tragen, äh, äh, merkt man, dass sie sich irgendwie auch so ein bisschen, also, Rhaenys will ja gar nicht wirklich was mit ihr zu tun haben, meidet ja auch am Anfang wirklich gezielt ihre Blicke, weil sie die ja eben verdächtigt am, äh, vermeintlichen Tod ihres Sohnes nicht unbeteiligt gewesen zu sein und Rhaenyra stellt das aber eigentlich relativ, äh, klug an, die irgendwie doch für sich zu gewinnen, weil sie hat ja da irgendwie ihre Tochter Reina im Schlepptau und die geht dann irgendwie zu ihrer Großmutter und Rhaenyra sagt dann auch, oh, ja, hier, Bela wurde von euch als Münde so gut erzogen, dann, dann, äh, merkt man auch, dass Rhaenyra echt, was dieses Verfahren mit dem Treibholzthron angeht, also sie hat ja Angst, was das so nach sich ziehen könnte, das ist ja auch ein starkes Motiv in der Folge und sie erwartet auch von Königin und Hand, also den Hohenturms, keinen fairen Prozess, es geht letzten Endes darum, ihren Sohn für außerehelich zu erklären und dadurch auch ihre, ihren Thronanspruch mal wieder in Frage zu stellen. Rhaenyra fragt sie dann aber wirklich so gerade heraus, ja, warum bist du hier? Bist du für oder gegen Vaemond? Und, äh, Rhaenys lässt sich dann da gar nicht großartig von beeindrucken äh, äh, und während Rhaenyra sie die ganze Zeit bearbeitet, ihr dann auch irgendwie sagt, also, wirklich ihr auch versichert, dass sie Laenor geliebt hat und dass da kein Komplott gegen ihn gelaufen ist, äh, will Rhaenys da wirklich nichts von hören und irgendwann sagt sie dann ja auch zu Rhaenyra, ja, du kannst mich so lange bearbeiten, wie du willst, aber morgen führen die Hightowers ihren ersten Schlag gegen dich aus, ja, und du, du, du kannst machen, was du willst, aber es wird eh nichts bringen. Aber Rhaenyra rückt dann auch mit etwas an sie heran, wo sie dann wohl anscheinend doch drüber nachdenkt, denn sie schlägt ja vor, dass man beide Häuser wieder stärker miteinander verquickt, indem, und da muss man jetzt überlegen, also Laenors Kinder sollen, äh, äh, mit, mit, genau, mit Rhaenyras Kindern verlobt werden? Mit, ja. Genau. Bela wird Königin, ihre Söhne werden danach den Eisernen Thron erben, und Rhaenyra soll über Driftmark herrschen. Mhm. Ein Angebot, was sie ja vor zwei Folgen, glaube ich, so ein bisschen, äh, Alicent unterbreitet hat. Äh, durchaus, ja. Beide Häuser wieder näher zueinander zu bringen. Ja. Da wird's auch schon so ein bisschen, so ein bisschen schummrig, und dann wird's auch schnell Nacht. Und eine Folge, die spielt auch nicht an so vielen verschiedenen Tagen, auch wieder ein Pluspunkt, finde ich. Also jetzt auch hier, wir sehen jetzt die Nacht und dann auch schon den nächsten Tag. Gefällt mir. Also wenn man jetzt so in dem Tempo so ein bisschen weitermacht, dann, äh, kann ich das andere, diese Holprigkeiten, die es ja dann wirklich in den ersten Folgen gab, dann vielleicht ja irgendwie als Prolog abtun, obwohl sie manchmal schon gravierend sind. Naja. Ja. Es ist Nacht, Rhaenyra ist nochmal bei ihrem Vater zu Besuch, es schüttet und blitzt und donnert, ähm, und dann bei diesem Gespräch, was, was ich, was später ja dann nochmal von, von großer Bedeutung ist, ähm, kommt dann nochmal das Lied von Eis und Feuer und Aegons Vision und so weiter zur Sprache. Genau. Und wahrscheinlich wird das auch schon immer das Lied von Eis und Feuer genannt. Das ist halt so die Frage, ne, das, äh. Aber es ist, also es ist jetzt so etabliert, dass es auch Aegon wahrscheinlich schon so genannt hat und das seitdem eben bis hin zu Sam Wiltali so weitergetragen wird. Ja, das ist so ein bisschen, das, das war ja schon in der allerersten Folge tatsächlich auch relativ heiß diskutiert, ne, dass, dass man das so direkt plötzlich ausspricht, aber es kann natürlich auch in Vergessenheit geraten sein über die, die Jahrzehnte. Das, das ist ja, das ist ja oft in dieser Welt, ne, dass irgendwas Bestand hat. Aber es ist ja, ja, wird ja in der Serie nicht behandelt, also nicht so richtig. Aber ist auch egal, es geht jedenfalls um diese Geschichte, die dann halt am Ende nochmal zentral wird. Äh, Viserys kann kaum sprechen in der Szene. Na gut, es ist auch wahrscheinlich spät nachts. Ja, ja, aber. Und er sieht sie ja, er sieht sie ja auch erst, also er, er hat ja schon erstmal Probleme, er weiß ja gar nicht, wer es ist. Er fragt ihr erst Alicent. Er denkt erst Alicent. Genau. Dass er sie nicht Aymar genannt hat, ist ja schon mal was. Volker sagt, immerhin, ist nicht Aymar, also. Vor allem, Rhaenyra würde ja Aymar gar nicht so unähnlich sehen, ne, also ich meine, bei Alicent, da war ja wirklich gar nichts zu ruhen. Ich glaube, da könnte sonst wer reinlaufen, da könnte die, da könnte die Dienstmarkt reinlaufen und er war erst mal so, äh, wer ist das? Ja. Aber Viserys, äh, lässt sich dann anschließend, äh, von den Maestern, ich sag jetzt mal verarzten, ne, der liegt da irgendwie auf dem Bauch und er äußert dann gegenüber Otto einen Wunsch, er will zu Abend essen und Otto denkt schon, oh Gott, jetzt ist er komplett durch. Genau, genau, weil Otto so, es ist morgen euer Gnaden. Nein, 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 sie sollen alle zusammen kommen und, und als Familie essen im großen Bergfried. Aber heute Abend schon, also er meinte schon, ihm ist schon klar, dass es erst heute Abend ist, aber ja. Ja, ja, genau, also so Mischuge im Kopf ist der eigentlich gar nicht, ne? Ähm, der ist ja auch, der ist ja auch nicht dumm, das muss man nochmal sagen, auch wenn er hier wirklich, also, oh, wie sie das dann inszenieren, ey, dass der wirklich kaum noch Zähne hat, und dass der, äh, auch, also, Haare hat er auch fast keine mehr und, und, äh, mein Gott, dann auch dieses Wehklagen von dem, vor allem, wie abgemagert der ist, also wir hatten ja, es ging ja so ein lustiges Meme rum, äh, so stufenweise wie Seres über die Folgen und in Folge 8 war dann nur noch ein Bild von Gollum und sagen wir mal so, so weit weg ist es hier, insbesondere in dieser Szene, tatsächlich nicht, ne? Ja gut, also eine kleine Szene, die auch wieder was einleitet, aber wir können meinetwegen gern zu einer der großen Szene in dieser Folge kommen. Ja, natürlich. Natürlich. Äh, in den Thronsaal, wo Otto auf dem eisernen Thron Platz nimmt und im Namen des Königs, äh, die Thematik rund um Corlys und Driftmarkt und so weiter verhandelt. Der Thron ist nochmal größer geworden, oder? Oder nicht? Ist mir, also, weil jetzt hatte ich auch das Gefühl, boah, da stehen ja jetzt noch, ein paar Schwerter mehr? Ja, das stimmt. Vielleicht ist es auch eine Frage, wie es halt inszeniert ist. Weil der, also dieser Shot, wo, wo Otto sich dann dort hinsetzt und die Kamera weiter zurückgeht und noch mehr Schwerter und dann, oh, noch mehr, auch noch mehr Schwerter, noch mehr, wow. Du hast ja immer gesagt, das sind nur ein paar. Eben, ich habe immer gesagt, das sind nur ein paar, weil ich habe es mir auch so lange selber eingeredet, bis ich es jetzt nochmal gesehen habe, aber ich hatte schon den Eindruck, dass da ein paar mehr rumstehen. Das ist schon imposant, ja. Und also diese, diese komplette Szene, all das, was dort passiert, das hatte schon was wirklich imposantes, also besonders dann mit Viserys auftritt, aber jetzt erst mal so mit dem, was dort geschieht, bis zu dem Zeitpunkt, bis Viserys eintritt. Wie hat dir das gefallen, Sven? Diese wirklich nochmal Gegenüberstellung, dieses ja wirklich, ja, wir hören jetzt hier jeden nochmal an, aber eigentlich ist das hier nur eine Farce, weil eigentlich ist es ja klar, auf welchen Seite zumindest die Hightowers stehen. Definitiv, außerdem sitzt Otto auch sehr selbstgefällig auf diesem Stuhl, oder auf diesem, nicht, auf diesem Thron. Stuhl. Auf dem Schäme. Auf dem Schäme. Stuhl. Ne, das ist einfach, jetzt ist er da, wo er hin will. Ja. Und damit, und dann finde ich es ganz, ich greife jetzt zwar auch kurz noch vor, aber dann gibt es noch eine Szene, ganz am Ende von dieser Aktion, die dann folgt, die fand ich auch sehr cool. Aber bei Otto ist es wirklich so, der sitzt jetzt da und hört sich das an und sagt, er spricht für den König und er macht alles für den König und er kümmert sich um den Weg. Und weil dirigiert er das Ganze für sich. Genau. Ja, 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 Und es ist nichts anderes als eine, ja, als es ist eine Farce, ja, aber trotzdem, er demonstriert, ich bin jetzt da, wo ich hingehöre und solange der König lebt, macht er schön die Sachen, wo ich sage, die der König mir dann irgendwie zugeflüstert hat, wie auch immer er es zutage bringen will unter seinem Mondblumensaft. Aber ja, nee, das war einfach, ich habe das gesehen und dachte, ah, alles klar. Und dann halt einfach, er hat noch so ein leichtes, süffisantes Grinsen auch drauf, das ist halt schon, das ist schon bitter. Großartig. dieses, also, da herrscht ja auch eine gewisse Anspannung, ich fand die jetzt nicht so groß wie in Folge sieben, weil sie sich da wirklich sehr schön aufgebaut hat, wie ich finde. Aber vor allen Dingen, als Wayman da wieder anfängt, sein, sein ganzes Blabla dann nochmal zu wiederholen, war ich so, oh, ey, ich finde es wirklich langweilig. Warum, also, ich verstehe natürlich für die Serie, verstehe ich das, warum das hier wieder zur Sprache kommt und warum es nochmal so, aber hättest du dann nicht zwei Szenen zuvor vielleicht, dass irgendwas andere, aber, naja, geschenkt. Ich meine, das ist ja, ist ja ein offizieller Anlass hier, ne, also, das, das ist ja, das ist ja hier praktisch fast schon wie so ein Plädoyer vor Gericht. Ja, genau, er hat mich auch daran erinnert, ja. Ja. Aber ich hatte halt dieses, ich wusste halt genau, ich konnte ja genau sagen, was er sagt, also, weil, weil das uns halt in dieser Folge allein schon zwei, dreimal erzählt hat vorher. Ja, da merkt man halt eben, dass das, also, ich, ich kann es, ja mal ganz kurz runterbrechen, der, der, äh, von wegen, ja, hier, Velaryon geht zurück bis, bis ins alte Valyria, die Targaryen herrscht, den Himmel, die Velaryon zu vermiere. das hatte auch, Cole ist schon, wow. Ja, das, man merkt, die sind da halt auch echt verstockt in ihren, in ihren Blutlinien. Wenn man das zwei, dreimal in der Serie, dann ist das doch etabliert und dann weiß es jeder, aber, ja, gut. Ja, die haben auch einen gewissen Geltungsdrang irgendwo auch, ne, darf man nicht vergessen. Äh, was ich dann aber stark fand, äh, als, ähm, also er spricht da hier, Reinheit des Blutes, bla, bla, bla. Und, äh, Rhaenyra, äh, sagt dann, er spricht doch hier gar nicht für sich. Also sie quatscht eigentlich einfach rein. Oder, sie quatscht nicht rein, aber sie hat ja nicht die Erlaubnis zu sprechen. Und, äh, auch von Alicent gerückt. Genau, genau. Er, er spricht nur für sich und sein Streben nach Macht. Darum geht es eigentlich nur. Und es geht hier nicht um Reinheit des Blutes und, oder, oder irgendwie, dass man Blutlinien achten soll. Und, Vaemon sagt dann zu ihr, ja, was wisst ihr von meinem Blut? Ich, ich könnte mich jetzt hier aufschneiden und ihr würdet es doch nicht erkennen. Na? Mhm. Und, äh, er meint, ja, es ist hier eine Frage des Blutes und das Überleben meines Hauses geht mir über alles und deswegen will ich den Treibholz thronen. Und Rhaenyra darf dann endlich sprechen, spricht, beziehungsweise, also spricht für ihren Sohn Luke und setzt dann mit an so, ja, man darf nicht vergessen, vor fast 20 Jahren, äh, damit meinte sie dann, glaube ich, wahrscheinlich hier den Konflikt da auf den Trittsteinen, ne? Denk ich mal. Mhm. Wo die Velaryons und die Targaryen da Seite an Seite gekämpft haben, ne? Kann sein. Denk ich mal. Ja, sie soll dran sein und wird aber unterbrochen. Oh, ja. Und dann auftritt Viserys und, boah, was für ein Moment, ey. Ja. Ich bin, ich war mindestens genauso überrascht wie die anderen, die dort im Thronsaal standen. allesamt sprachlos. Ich hatte echt nicht damit gerechnet, dass ich dieser König nochmal aufrafft. Ja, aufraffen kann und dann dort, also natürlich, sein Auftritt ist dementsprechend, er läuft an einem Stock und ist gebrechlich, trägt eine Maske, die so, das, das halbe Gesicht, also nicht mehr den Verband, was ja auch irgendwie so eine Schwäche markiert, sondern wirklich eine, eine goldene oder eine goldene Maske. Mhm. Und es, oh, es ist ein Auftritt, wirklich auch das Theme, was da anklingt. Holy shit. Ich hab mich gefreut und vor allen Dingen hab ich mich über die Gesichtsausdrücke von Alicent und Otto gefreut. Ja. Den ja da wirklich, diese, wo du wirklich siehst, wie sie, ganz subtil, aber wirklich auseinander, vor allen Dingen, oh, Mist. Wobei bei Alicent schwang auch wirklich so eine, also, die, die hatte schon Mitleid mit dem, beziehungsweise der Anblick von dem, der hat der schon, das, das hat der schon zugesetzt, den so zu sehen. Weißt du, ich verstehe das Mitleid bei dem, wenn man ihn so in dem Bett zieht, aber ich finde, also, ich hätte an dieser Stelle, natürlich, sieht er nicht gesund aus und so weiter, aber, was der für eine, was der irgendwo noch für eine Kraft herholt, sich dort so, durch den Thronsaal, das, also, da hätte er, eher Respekt, wirklich, äh, verdient, und wie er auch die Hilfe ablehnt, von zumindest den, den Wachen, oder den Bediensteten, und dann kurz vor dem Thron, sich aber doch helfen lässt, von Damon, und dieser starke Moment, wo, wo Damon ihm zur Seite steht, und ihm dann gut zuredet, und sagt, mach weiter, oder so, und Damon ihm dann auch, die Krone aufsetzt, wenn er da im eisernen Thron sitzt, toll. Wobei, also, die Szene fand ich, also, fand ich super, aber sie, sie ist sehr zweideutig. ich fand es super, weil er erst mal hingegangen ist, und hat Otto komplett, äh, den Wind aus den Segeln genommen, und, vielen anderen wahrscheinlich auch. Ja. Aber sein Auftritt, wie er hinläuft, der wirklich, meisterhaft gemacht ist, du spürst, ich finde, du spürst jeden, Schritt, den er macht, das, das tut dir selbst weh, wo du denkst, oh, hopp, ne, und jetzt gibt alles, aber, bei dem Lauf, verliert er ja auch immer wieder Sachen. Ja, ja, ja. Was ja natürlich wieder auf seine Erkrankung zurückdeutet und sagt, hier, oder auch aufs Königreich, es fällt auseinander, da kannst du machen, was du willst. Mhm. Ja, ihm fällt die Krone vom Kopf, ne? Genau. ja, ja. Aber ich fand's halt auch, von, von Damon, der dann kommt und ihm, und ihm hilft, und das fand ich so eine, eine Szene, die, die, die du bei Damon wirklich auch sehr, sehr selten siehst. Ja. So, dass er, dass er doch schon sowas wie ein bisschen Gefühle hat. Mhm. Ja. Und Mitleid und wirklich denkt, oh Gott, ich muss ihm jetzt helfen. Das wirkte hier aber auch absolut in Hinblick, also da gab's ja, also hätte es vorher diese Szene nicht gegeben, wo er ihm den Tee da erreicht, ne? Dann hätte das, dann wäre das hier vielleicht ein bisschen aus dem Nichts gekommen. Also ich fand, ich fand die Szene auch unglaublich stark, auch hier mit, Paul hat er schon mal angesprochen, die Musik von Ramin Javadi, äh, der verwendet ja hier, äh, große Teile des, des vertrauten Königsthemas, ne? Was man eigentlich immer gehört hat, ob sich jetzt irgendwie Robert Baratheon ankündigt, oder Tommen gekrönt wird, in Game of Thrones, äh, aber das Schöne ist, also er, er variiert es dahingehend, dass es immer wieder so, so, ist mir jedenfalls aufgefallen, dass, das Thema, das kommt nie so ganz zustande und ist nie so pompös, weil es irgendwie immer wieder zusammenbricht und sich wieder aufrichtet, also großartig. Ja, und ich find, natürlich ist dieser Anblick des Königs, also du siehst ihm seine Schwäche so deutlich an, aber gerade, dass er sich, dass wirklich bis zu dem, also dass er überhaupt dort erscheint und dass er sich bis dorthin, das, das zeigt ja auch irgendwo noch seine, seine Stärke. Und das fand ich halt auch in letzter Folge, dass egal wie elendig es ihm noch geht, so ein Fünkchen Stärke hat, der sich immer bewahrt und so ein Fünkchen, dass er der König ist, das hat er immer wieder wiesen oder versucht, äh, immer noch durchzusetzen. Die, die, die schauen ja auch wirklich alle sehr betreten, als er dann irgendwie da mit seinem Stock vorbeiklockt. Äh, zum anderen neigen sie aber eben alle noch das Haupt, weil es ist halt immer noch der König. König. Ja, und den hat halt auch keiner damit gerechnet. Was? Für den hat halt auch keiner damit gerechnet. Nee, absolut gar keiner. Am allerwenigsten Otto, der ja, äh, der ja völlig, völlig, äh, äh, perplex ist. Und, ähm, auch sehr wichtig, ja dann auch in der Szene, als er sich hinsetzt, sieht man deutlich, dass er wirklich auch diese Klinge aus valyrischem Stahl immer noch an seiner Hüfte trägt, ne? Also den, den Dolch. Iseris übernimmt die Verhandlung quasi. Hm. Und sagt, dass hier eigentlich alles geregelt ist und dass Reynes eigentlich die einzige ist, die da einen Einblick in den Willen von Lord Corlys geben kann. Und, ja, also dann darf Reynes da auch, äh, gleich reden, ist selber ein bisschen überrascht, hatte ich den Eindruck. Hm. Und, äh, sagt dann aber, dass Corlys ist stets für Laners Kinder, also für Lucerys in dem Falle ausgesprochen hat. Und sie platzt dann auch gleich damit heraus, äh, dass ihre Nira außerdem den Vorschlag unterbreitet hat, ihre Enkelin und ihre Kinder eben zu vermählen. Ja. Damit. das war Schatz. Und, ja, ja, von Reynes ist das wieder, Chapeau. Ja. Und. Vor allem wie Otto da guckt. Ja, ja, diese Blicke sind wirklich herrlich. Ah, dem gönne ich's so. ja. Und, und dann platzt bei Weyman so ein bisschen der Kragen. Ja, eigentlich, also für, für wir sehen, das ist ja eigentlich alles dann geklärt irgendwie. klar, wie immer. Für den, der ist so, für den ist so. In seiner, in seiner Welt ist immer alles so, ist wirklich alles, alles geklärt. Also es braucht nicht, braucht keine größere Diskussion. Ja. Äh, und Weyman, der, der, genau, der sträubt sich vehement. Ich wollte eigentlich ein, ein, ein Wortspiel mit seinem Namen machen. Naja, egal, hab ich verkackt. Wey, 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 und stellt dann nochmal alles in Frage. und er ist wirklich erbost und Damon, wie er dann wirklich so zur Seite steht und sagt, komm, sprich's aus. Ja, ja, komm, komm, sag es, sag es. Er hat wirklich, der hat, da ist wieder dieses Gerissene und dieses absolut, ah, du, und dann, ja, sagt er es so laut, dass es in der ganzen Halle wieder halt, äh, dass Rhaenyras Kinder, ähm, Bastarde sind und Rhaenyra eine, Punkt, Punkt, Punkt. Leichtes Mädchen. Ja, er, ähm, das, das hat sich aber auch gut aufgebaut, der zeigt ja wirklich erst mit dem Finger auf, äh, äh, Luke und sagt von wegen, das ist kein echter Velaryon und dann steigert sich das immer weiter und gipfelt dann eben darin und Damon wünscht es halt herbei von wegen, deine Kinder sind, äh, ihre Kinder sind Bastarde und sie ist eine Hure. Und, also, schon Kinder sind Bastarde, das, 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 das fand ich auch eine geile, eine geile Nuance, da war gar nicht mal so der Aufruf, äh, Aufruf, äh, du merkst, die wissen das alle, aber die, die, die Thronfolgerin als Hure zu beschimpfen, das löst was aus. Es geht natürlich auch, äh, Bezug neben der Flätzefolge, dadurch, dass er, dass wir Seris ja am Ende das Machtwort gesprochen haben, gesagt, jeder, der das in den Mund nimmt, dem wird die Zunge rausgeschnitten. Und deswegen, also, es ist ja auch mit diesen, dieses Bastards, das heilt ja wirklich sehr stark wieder in dem Risiko. Ja, der brüllt. Und, ja, ja, und, äh, aber bei diesem Satz, den er dann sagt, dann, da hatte ich das Gefühl, zum zweiten Mal fallen da bei Otto und Alice in die Gesichter zusammen, weil ja, schließlich er so mehr oder weniger das Pferd ist, auf das sie gesetzt haben. Ja. Und, ja, das ist nun, äh, unmöglich zu halten. Ja. Und, ja, Viserys möchte ihm die Zunge persönlich nehmen, steht da sogar. Mit dem Dolch? Ja, steht da von seinem Thron auf und dann, oh Gott, ey. Das war der Schaft. Jaja, dann, oh Gott, hab ich mich erschrocken, weil, ja, also, Damon fackelt nicht lang und schlägt ihm eiskalt und mit einem einzigen gezielten Schlag den Kopf ab. What? Ja, so, zu neunzehntel schlägt er ihm den Kopf ab. Ich sag mal so, äh, Sven, also, mich hat's total überrumpelt, ich war so, what? Was, wo, also, mir war klar, dass das nicht ohne Konsequenzen bleibt, aber dass diese Konsequenzen so schnell und so drastisch eintreten, damit hatte ich in dem Moment nicht gerechnet. Also, mit den Kindern Bastarde dachte ich, okay, das kostet dich auf jeden Fall mal deine Zunge, scheißegal, wer du bist. Ja. Aber als er dann halt noch auf sie, Hure, dachte ich noch, alles klar, ähm, jetzt wird's übel. Ja. Weil, lebend kommst du da nicht raus. Ja, das hörte ich auch. Und dass es halt wirklich, wirklich so, so schnell ging, hat mich kurz ausgebremst. Ich dachte, was? Okay. Und, 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 Damon, Damon ist einfach, also, manchmal frage ich mich, ob der das ganze Spiel nicht einfach nur genießt. Ja, ja. Der hat da teilweise so viel Spaß dran, auch wie er da im Hintergrund stand und dann, naja, komm, hopp, 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 mach's, dass ich endlich was zu tun hab. Ja, dass ich's endlich legal machen darf. Richtig. Ja, dass ich, dass ich, dass ich richtig die Sau rauslassen kann. Und das spielt halt auch wieder, mit, mit so einer süffisanten Zurückhaltung und dann wirklich, und er explodiert wirklich mal kurz. Und dann ist wieder alles gut. Lässt mal kurz Dampf ab. Ho, so. Jetzt ist wieder alles in Ordnung. Vor allem, wie diese Leiche aussah, ne? Also, äh. Also, der schneidet ja wirklich den Kopf in, in, in zwei Hälften. Oh, ja. Für mich war's schon wieder zu, ja. Ja, aber der, der Witz ist ja dann, die Zunge ist noch dran und die darf er behalten. Genau. Ja, lustig. Also, mir, mir war's wirklich, ich, also, ich hätte auch mit, also, Leben kommt der nicht mehr raus, hätte ich auch gedacht. Aber, dass es hier und sofort auf der Stelle passiert, sorry, damit hat. Also, der Überraschungseffekt, der hat für mich da funktioniert. Und dann war ich so, okay, war das jetzt so klug? Und ich hab mich abermals gefragt, wo zum Teufel die Valerian Wachen sind. Wobei, ja gut, bei der, bei der Schnelligkeit hätten sie wahrscheinlich eh nichts ausrichten können. Aber das irgendwie da, Leute, es ist, bei euch springen sich dauernd irgendwelche, äh, seins Kinder oder irgendwas an die Gurgel. Warum, warum guckt da keiner? Ja, obwohl, man muss ja sagen, kurz, also, die ziehen, äh, dann sogar kurz mal später und es heißt sogar, dass Damon, äh, Damon entwaffnet werden soll, ne? Ja, gut. Aber, äh, das ist auch nur so ein kurzer Moment und dann werden alle irgendwie auch davon abgelenkt, dass der König, äh, ja, sich doch nicht mehr so auf den Beinen halten kann. Und dann, äh, Alicent ruft dann ja irgendwie nach den Maestern und die lassen dann den König wegbringen und anschließen. Das, das fand ich auch eine tolle kleine Szene. Ich finde erst, äh, Entschuldigung, ich wollte einmal noch kurz anmerken, dass ich es ein bisschen schade finde, dass wir mit jedem Valerian, der hier geht und hatten wir jetzt jede Folge einen, dass da so ein bisschen natürlich auch die ganzen POCs und die ganze Diversität dahin schwindet. Glaubst du nicht? Dadurch, dass die ja jetzt nochmal verheiratet werden, pass auf. Kommt jetzt drauf an, was sie aus den, was sie aus den anderen machen, aber wenn's jetzt erstmal keine, äh, Zeitsprünge weitermachen und, äh, wir müssen ja gucken, wie die, wie die Rollen von Bela und Reyna jetzt sind, aber so mehr als, äh, Randfiguren waren die ja jetzt auch bisher nicht. Mit Corlys hatte man ja zumindest eine größere, namenhaftere Figur, ähm, oder mit Leynor. Die wird ja noch bleiben. Die wird noch bleiben, Corlys. Außerdem, Leynor lebt auch noch, vielleicht kommt der nochmal zurück. Das hab ich auch gelesen, äh, dass er vielleicht, äh, beziehungsweise, das wünschen sich ja bestimmt auch bei der, aber ich find seinen Abschied eigentlich ganz gut, bis auf den kleinen Brief, den er vielleicht noch seiner Mutter schreiben kann. Ähm, 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 gut, äh, Dom, du bist schon weitergegangen, nämlich zu der Szene, ähm, wo man Waymans, wo Waymans Leichnam gesäubert wird. Oh, ja, der sieht aus. Und Reyna ist, daneben steht, ne, mit diesen ganzen Kerzen, ne, sehr stimmungsvolle Szene und. Tolles Bild, ja. Auch kurz, äh, Reyna ist ja davon berichtet, dass sie öfters vom Fremden besucht wird. Ja, also der Tod, ne, der Fremde ist ja, also der, der Glaube der Siebene, äh, ist einer von denen ist der Fremde und das ist der Tod. Und weil dieser Mäster ermahnt sie irgendwie, ja, ist es, ist es so klug, sich das anzusehen, äh, der, der, der Tod, äh, äh, sucht einen oder, oder lässt einen nicht los. Und sie sagt dann den, der Tod hat mich schon so oft heimgesucht, äh, es interessiert ihn nicht, ob ich die Augen, äh, offen oder geschlossen habe. Mhm, das ist schön, also für mich als Reyna's Fan ist schön, dass sie hier auch, also wir haben die Folge mit ihr begonnen und ich find's schön, wie sie immer mal wieder eben so im Fokus, bekommt, ja. Aber was machen die da? Ich mein, die, die müssen den, in Anführungsstrichen, ich mein, ich weiß nicht, ob man den Kopf so rekonstruieren kann, dass das so wieder einigermaßen funktioniert, also zumindestens mal, um ihn öffentlich zu präsentieren, aber die schneiden da in der Mitte rum, entnehmen die da Organe, ist das da so wie bei den Murien? Ja, das sind ja, das sind ja die speigenden Schwestern, ähm. Ja, ja, schon klar, aber die richten ihn zeremoniell für eine Beerdigung her, da muss ich doch keine Organe noch entnehmen, also zumindestens mal, ich weiß nicht, ob das, ob das Brauch ist, aber die, die, die schneiden da in der Mitte rum, wo ich noch gedacht habe. Also auch gar ein Spendekartei für das nächste Turnier. Ah, okay. Ah, okay. Der war reines Blut der Velaryons, das muss man nutzen, ne? Okay, okay. Gut. Ähm, dann kommen wir jetzt noch zur zweiteren, größeren, was heißt größeren Szene, aber eben zu dem Abendessen, was ja schon angekündigt wurde und wo sich die ganze Familie, hey, zusammenfindet. Ja. Alles so, wobei ich, also. Ihr könnt auch so Schilder, hello my name is stehen eigentlich bald, ne? Ja, dieser Tod, der ist jetzt so für alle anderen, ist der jetzt eigentlich gar nicht so interessant. Also es ist eigentlich, es geht relativ, also Reines ist da die einzige kurze Szene, wo dieser Tod vielleicht nochmal so ein bisschen reflektiert oder nochmal so ein bisschen Bedeutung erhält, aber so emotional geht's eigentlich beim Tages- oder halt da weiter, wo sie vorher waren. Ja, außer Alice sind die dann eben wie ein Gebet der Sieben spricht. Stimmt, ja. Und dann, äh, äh, von wegen möge Vayment in Frieden ruhen. Ach ja, stimmt, das wird kurz, mhm. Genau, da grinst sich Damon dann auch so blöde ein bei. Mhm. Äh, ich muss sagen, also die Szene ist, äh, äh, wunderbar arrangiert, wie ich finde. Also die beginnt ja schon damit, dass man Alicent und Rhaenyra nebeneinander sitzen sieht. Ja. Aber zugleich auch sehr weit auseinander und sie in genau entgegengesetzte Richtungen gucken, die ganze Zeit. Ja, aber das fand ich auch, das wollte ich vorhin schon vergleichen, diesen Auftritt von Viserys mit dem Auftritt von, äh, Alicent während der Hochzeit. Und jetzt, jetzt haben wir das Trio komplett, in der dritten oder vierten Folge war Rhaenyra abwesend, dabei der Hochzeit war Alicent abwesend. Und jetzt ist, äh, Viserys derjenige, der, oder der später kommt. Ähm, stimmt, ja. Aber, ja, schön, baut sich, äh, schön auf und, ähm, äh, äh, sie stoßen dann auch auf die Verlobung der Nachkommen an. Also das ist jetzt so das, was, was Viserys so für sich und für die Familie jetzt daraus zieht, aus dem Gespräch vorher oder aus der Anhörung. Ja gut, äh, da geht's schon los mit diesen Seitenhieben von Aegon da am Rand. Oh, ja. Der da schon sagt, freu dich, jetzt kriegst du, jetzt kriegst du in deinem Leben auch mal eine Frau oder jetzt kriegst du auch mal ein Leben mit einer Frau. So, und das geht ja dann noch weiter mit seinen, oh, ja gut, naja. Und dann passiert noch was mit Viserys, der nimmt nämlich seine Maske ab. Ja, der, der erhebt sich und, äh, ja. Und der sagt, ich glaube auch, ich möchte, dass ihr mich seht, wie ich bin. Genau. Und das ist wirklich, also da war mir dann klar, okay, das ist hier seine, das ist seine Abschlussszene, das ist seine Abschlussvorstellung. Gut, er hat dann eine Szene, aber, also die Maske da. Das hat einen trotzdem nicht drauf vorbereitet, ja. Boah. Ich hatte, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, Two-Face, ne? Ja, gut. Ähm. Jetzt keine großen Verbindungen mit, aber ich fand's sehr, puh, also. Ja, also, dass er nur noch ein Auge hat, das war schon bitter. Und vor allem dann auch die freie Augenhöhle zu sehen. Ja, ja. Das, das, das haben sie schon gut gemacht. Da ist auch, oh, da sind auch wieder so viele Blicke und Nuancen. Also, Alicent ist da auch wieder sehr mitleidig an der Stelle. Aber ihr kann, ich kann's nie genau lesen, ob sie nur tatsächlich das Mitleid ist oder das Mitleid, weil sie, weil sie, ähm. Weil das alle sehen. Genau, weil sie Mitleid zeigen muss. Wie so ein Werbespot, ja. Ja. Ähm. Und, äh, äh, aber das ist also, Viserys macht ja auch nochmal eine klare Ansage, die er jetzt, glaube ich, seit Folge 5 macht. Oder auf jeden Fall, also, es ist im Prinzip eigentlich nochmal dieselbe wie in, äh, Folge 7 von wegen, wir sind eine Familie und, und, äh, die Familie hat sich aber entfremdet. Und, äh, ich, ich, ich sehe euch hier alle mit Freude in meinem Herzen, aber auch mit Kummer und ihr sollt jetzt endlich mal euch, euch, äh, vertragen. Und allein deswegen nimmt er auch die Maske ab, weil sie sollen ihn als Bruder, als Gemahl, als Vater, als Großvater sehen und nicht als König, ne? Ja, ich denke halt auch, dieses, ähm, diese Maske abnehmen, die ja jeder von ihnen trägt, der will sie ja jetzt endlich, also, das ist ja dann sein tausendster Versuch, die irgendwie wieder zu versöhnen. Oder, äh, das, was halt ihm am wichtigsten ist, dass es da tatsächlich Einigkeit und Friede, Freude, Eierkuchen untereinander gibt. Und er sagt dann, okay, gut, ich lass meine Maske fallen, lass ihre auch fallen und es fängt ja dann auch diese Entschuldigungswelle an. Aber bei ihm ist es, ja, ich, mir ging's, mir ging's genauso wie, wie Paul, also ich halte Alicent für eine herzlose, kalte Bitch mittlerweile. War keine, weil auch, ja, nein, aber, äh, weil halt auch, es ist wirklich so, es ist, wenn, und das sieht man auch, ganz deutlich, finde ich, auch nochmal ganz zum Schluss, aber bei dieser Szene ist es, sie kümmert sich um ihn, weil sie's muss. Weil sie gesehen wird, weil es ihre Aufgabe ist, die sie erledigen muss, um vielleicht aber auch, äh, Rhaenyra dann diesen Spiegel vorzuhalten, was ja auch immer die ganze Zeit, also, was auch immer die ganze Zeit gezeigt wird, dass sie sich immer gegenseitig spiegeln. Also, Alicent wäre gerne in Anführungsstrichen so frei wie Rhaenyra und macht, was sie will. Und Rhaenyra sollte eigentlich an ihrer Seite sein, also an ihrer Stelle sein, bei ihrem Vater und ihren Vater pflegen. Ja. Während sie das alles über sich ergehen lassen muss. Ich mein, das ist nicht toll mit, 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 mit Lebra und so, dahin, auch kein Bock. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, dass nach dieser Ansprache, die Viserys da zum Wiederholtmal erhält, dass dann, also, Rhaenyra ist ja dann diejenige, die auch das Glas erhebt und dann auf Alicent anstößt, dass Rhaenyra sich so für sich entschlossen hat, okay, ich, ich geb ihm das jetzt. Oder ich geb diesem Mann hier jetzt diese Welt, die er gerne hätte. Diesen, diesen Schein. Und daran schließt sich dann ja auch Alicent an und dann auch noch Helena, die dann, auf die können wir gleich nochmal kommen. Ähm, aber dieses, also, es hatte für mich diesen Eindruck, okay, für diesen Abend oder für diesen Moment, ähm, zeigen wir jetzt diesen, diesen Schein, weil, ja, Rhaenyra hat, also, ihr, ihr tut ja auch der, 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 der Zustand von Miserys so leid und so. Und, ja. Ja, sie erhebt dann ja irgendwie ihren Becher auf Alicent von wegen, äh, wobei, also, ja, sie sieht sie dann auch direkt an, ne, also, die haben ja vorher. Und Alicent ist auch ein bisschen überrascht. Genau, genau. Ja, das ist halt dieses, macht sie's jetzt, und er unterspricht da vielleicht noch, ist da eine Sehnsucht rauszuhören, was hätte sein können, wenn sie doch immer noch diese Freundinnen wären, die sie vor Jahrzehnten mal gewesen sind. Obwohl ich zugeben muss, ich glaube, dass Alicent in dem Moment so überrascht ist, dass, das, was sie dann zu Rhaenyra sagt, nicht unbedingt so aufgesetzt ist, weil sie spricht, also, es ist ja keine direkte Entschuldigung, sondern sie sagt ja, die fühlt sich geehrt und sie sind beide Mütter, die ihre Kinder lieben und sie haben mehr gemeinsam, als sie oft gegenüber einander zugeben wollen. Das ist ein anderer Take als das, was Rhaenyra zu ihr sagt. Ja, aber, äh, Alicent sagt ja auch, dass sie dann eine gute Königin werden wird. Und, ja. Also, das ist halt dann aber wieder eher sowas für Viserys. Das ist, das ist mit guter Königin, das ist für Viserys, aber das andere nicht. Ja, das ist, das ist, darüber kann man, darüber kann man streiten, ja. Ja, aber ich glaube auch, dass sie es, also ich glaube, in dem Moment haben es beide tatsächlich auch ernst gemeint, weil beide sehr überrascht waren von der Aussage des anderen. Ich glaube jetzt nicht, ja, natürlich gewisse Teile haben sie schon gesagt, um, äh, wie sie hier, ich glaube, denen ist auch bewusst und vielleicht nicht direkt, sondern eher so ein bisschen versteckt, dass das tatsächlich auch so das letzte Arme des Königs ist, ja. Und, ja, ich finde, so diese Anfangsentschuldigungen, die dann von den einzelnen Parteien kommen, ja, einige hätte ich tatsächlich auch, auch die von, von Alicent hätte ich ihr wirklich abgenommen, bloß, was dann danach halt darauf folgt. Ja, vor allem bei den Kindern brudelt es ordentlich, ne, eben. Ja, ja, na gut, aber da wird ja, da wird ja, Viserys ist ja schon rausgebracht, aber wir haben noch kurz dieses vielleicht, äh, zu Helena. Ja. Diesen, diesen Toast von Helena, die, die echt, also von Aegon sieht man sein Fauxpas, äh, oder sein, eben, Fauxpas ist zu klein geredet, sein, was auch immer da in dem Prinzengemach vorgefallen ist. Von Aemon sieht man seine kurze Kampfsequenz oder was auch immer, aber Helena bleibt so eine total... ominöse Figur. Ja. Gar nicht so viel Aufmerksamkeit erhält wie ihre Brüder und die man, ich glaube, dass es bestimmt ein paar ZuschauerInnen gibt, die sie auch mal vergessen, dass sie ja auch dazu gehört. Durchaus. Das soll man ja vielleicht auch ein wenig. Die hat, ich weiß nicht, also auch mit diesen Blonden, irgendwie erinnert die mich an Luna Lovegood. Oh Gott. Die lebt in der eigenen kleinen Welt und man muss dazu aber sagen, das können wir vielleicht noch ergänzen zu den letzten Malen, ähm, die scheint ja tatsächlich, also, äh, äh, die, die beiden Brüder, die haben das ja vor allem bei der Beerdigung, was die so von sich gibt, Ja. Äh, 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 als, als irgendwie Schwachsinn abgetan, aber die scheint ja irgendwie, äh, äh, ein kleines Orakel zu sein, weil, äh, wir hatten ja damals schon über diese Szene mit dem Tausendfüßler spekuliert und da erzählt sie ja irgendwas von wegen ein Auge schließen oder sowas und das war dann eigentlich foreboding dafür, dass Aemon das Auge verliert, aber den Drachen bekommt. Also, den Drachen kann man in diesem Tausendfüßler praktisch sehen und hier ist jetzt auch wieder was, bevor sie sich da erhebt, sagt sie irgendwas von, ja, hüte dich vor der Bestie unter den Brettern, sagt sie irgendwas. Also, das lässt auch wieder, man muss, man muss da wirklich genau zuhören, sich notfalls auch den Untertitel dazu schalten, da ist sehr, sehr viel was angedeutet oder prophetisch, äh, aufgebaut wird. Ja, aber schade, dass sie, dass sie wirklich nur so bleibt, also, dass sie halt wie so ein, ja, so eine Orakelfigur oder so, also, sie bekommt ja wirklich keinerlei Aufmerksamkeit sonst. Da kann ja, da kann ja noch was kommen. Ja, ja, auf jeden Fall, aber wenn ich mir jetzt halt die Brüder anschaue, wie die schon, die sind ja, würde ich sagen, als Charaktere jetzt, äh, etabliert und bekommen auch hin und wieder ihre. Was? Aber, sag mal, ist die schwanger? Was, Helena? Ja, weil, als sie nämlich sich setzt, hält sie sich so, also, entweder hat sie zu viel Wein getrunken. Wahrscheinlich. Oder was auch immer, aber sie, sie stützt sich ganz komisch ab, was du eher bei Schwangeren siehst. Oh, okay. Und sie geht so ein bisschen runter an den Bauch, also sie setzt sich nicht Popong, wie jemanden, der halt ordentlich mal den Becher hat kreisen lassen, sondern es sah für mich eher aus, als ob sie ihren Bauch beschützt. Hm. Okay. Gut, das habe ich nicht beobachtet. Mein Gott, Sven, also, was sowas angeht, bist du aber wirklich der Experte. Es kann auch sein, dass ich komplett daneben liege, aber es kam mir nur, ich habe da hingeguckt und denke, wie, so behäbig, wie die sich hinsetzt, so, so, oh, Gottes Willen, ich darf nirgendwo dran stoßen. Ja, ich glaube, die hatte einen Tee. Hatte ich einfach das Gefühl, dachte ich, okay, ist vielleicht doch schwanger. Das, das, aber von, von wem, also, ich meine, sie macht ja dann irgendwie auch so einen Seitenhieb auf hier, äh, Aegon von wegen, ja, wenn er nicht betrunken ist, dann, oder, nur, 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 wenn er betrunken ist, ist er brauchbar oder irgendwie sowas ähnliches. Ja, ja, vielleicht, weil er so ange, naja. Ja, die, die, die giften sich ja auch wirklich die ganze Zeit an, also, ihr Aegon. Ja, das ist ja das, ich würde kurz noch sagen, also, für Viserys ist ja das quasi dann diese Entschuldigungstour so der Moment, so ein kurzer Moment des Friedens, zumindest bei ihm. Und das ist dann auch der Moment, wo er wahrscheinlich für sich auch gesagt hat, oder sein Körper oder was auch immer gesagt hat, so, jetzt kann er in Frieden gehen, er muss ja dann auch von der Abendgesellschaft weggebracht werden. Und die, die ZuschauerInnen sind's ja dann, die dann auch diese ganzen Nebengespräche, dieses ständige Sticheln von Aegon, der sich ja auch an Bela irgendwie ranmacht und, ja, also, das, das sieht ja, das sehen wir, das sehen ja nur wir. Und dann halt auch, was danach noch drankommt, denn Eamon möchte natürlich auch noch einen Trinkspruch. Oh, ja. Und vorher wird noch, Entschuldigung, vorher wird noch vor sein, direkt vor ihm wird auch noch ein Schwein serviert, ne? Ah, ja, stimmt. Ah, das ist gut, gut, dass du es sagst. Stimmt, du hast recht. Ja, das ist, haha. Und ja, Eamon möchte auch einen Trinkspruch machen. Alle haben jetzt so ein bisschen ihre, ihre Feindschaften so ein bisschen aus dem Weg gekehrt. Da kann er es ja auch mit seinen, mit seinen Cousins machen. Oder nee, mit seinen? Neffen. 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 Das ist, oh Gott, ey, das ist alles so. Jedenfalls erhebt er das Glas und stößt auf die beiden an und sagt, ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen übersetzt ist. Also, ich glaube, im Original sagt er brave and strong. Three strong boys. Und es ist so, also wie er auch sagt, hä, was habt ihr denn alle? Ich sag doch nur, dass das strong boys sind. Also, ich weiß gar nicht, was ihr euch jetzt so alle aufregt. Ja, also im Deutschen sagt er stattlich, weise und voller Kraft. Ah, ja, okay. Okay, ja, gut. Das ist, ich muss sagen, das haben sie gut gelöscht. Doch, ja, ja, das finde ich auch. Das klingt gut. Das, äh, äh. Ja, und dann eskaliert es. Also, für ihn war es ja eigentlich nur als Kompliment gemeint, aber, äh, genau, Jace, Jace, äh, der ja, genau, der hat ja Helena, glaube ich, zum Tanz gebeten. Zum Tanzen aufgestimmt. Genau, die tanzen da, da ist ja, da ist ja auch eine relativ heitere Stimmung, bevor Viserys dann da irgendwie weggetragen wird. Und erst dann, erst als Viserys weg ist, und da läuft ja sogar noch die Musik, äh, erst dann kippt die Stimmung und erst dann traut sich Aaymond diesen Dreck da rauszuhauen. Ähm, und, und dann vorweg, ja, es war ja nur ein Kompliment, oder, oder bist du etwa, are you not strong? Ja, ja, das ist, also, das, boah, ey, und dann, ja, dann eskaliert's und die fangen an, ich glaub, erst, erst schubsen die sich gegenseitig weg, so ein bisschen wie auf dem Schulhof, und dann wird's aber richtig, ja, das ist so die nächste Stufe eigentlich, äh, ja, obwohl, es es eskaliert ja gar nicht so sehr wie bei den Kindern, weil jetzt Wachen mal da sind. Weil jetzt auch mal Wachen darum stehen, genau, die, die ja dann wirklich alle zurückhalten, also, vor allen Dingen die Kinder von Rhaenyra, also, ich hatte das Gefühl, Jace Ceres und Lucerys werden da deutlich, hätte angepackt als, äh, Aegon und Aaymond, ähm, vielleicht auch, weil sie größer sind, oder ich weiß es nicht, ähm, aber ja, da geht's dann, ich hatte so manchmal das Gefühl, es ist so, nochmal von der Stimmung her und allen ist es so ein leichter Aufguss von der letzten Folge, also, es ist nochmal so, also, mich hat die Stimmung nicht ganz so erreicht wie letzte Folge, auch wenn ich den, den Abschied von Viserys halt gut fand, aber so richtig diese Anspannung und diesen Schmelztiegel von letzter Woche, den hab ich nicht gespürt. Ja, weil's eben eine andere Stimmung war, ne, es ist ja eher so eine gewisse Wehmut, die, die vielleicht auch noch nachklingt von Viserys. Ja, aber trotzdem ist es ja so, dass sich das wieder hochschaukelt. Ja, wobei es gut vorbereitet wird, ne? Ähm. Eben, also ich mein, sie haben ihre, ihre Streitereien und ihre Frotzeleien ja jetzt auch nicht irgendwo her, sondern sie haben ja immer die besten Beispiele direkt vor der Name. Ja, natürlich, ja. Und, aber ich find's, und das hat mich wirklich beeindruckt heute, das ist so gut gespielt, diese kleinen, wo man denkt, nichtsagenden Frotzeleien untereinander, also von diesen Jungdarstellern, die auch diese Verachtung in den Augen haben und die anderen wirklich auf, also wirklich herabsehen wie Dreck. Ja. Ich mein, das musste erst mal, das musste erst mal so rüberbringen, also ich war wirklich begeistert und zwar durch die Bank durch. Von den neuen Darstellern. Ja, dass die das so gut transferiert haben von der, von den anderen Episoden, wo's ja schon aufgebaut wird. Und ich saß wirklich da und dachte, krass, das hat mich wirklich schwer beeindruckt, was die da abgeleistet haben. Hammer. Ja, vor allem auch wieder hier dieser, ähm, Evan Mitchell, ne? Also Aemond, der ist ja wirklich ein, ein Kotzbrocken hohen Zehn. Aber der hat trotzdem diese, der hat trotzdem so eine, so eine gewisse Ausstrahlung irgendwie, dass ich den, also weißt du, bei Aegon denke ich mir, ach, ja komm, du bist ein, du bist ein. Aber, aber Aemond ist irgendwie, der, also so ein bisschen wie Daemon, also wie du's auch schon gesagt hast, der hat so ein, ja weiß ich nicht. So eine gewisse Anziehungskraft hat der irgendwie, ja. Ja, das, ähm, ich muss aber auch generell nochmal sagen, äh, ich find auch die beiden Jungs, also hier, äh, Luceris und, und, äh, Alter, Jace, egal. Jace. Ähm, also die, die find ich auch gut besetzt. Ja. Und ich muss auch sagen, die beiden, also vor allem letzte Woche bei der Beerdung, die, die tun mir einfach so leid, die beiden. Weil die können ja wirklich für nichts irgendwas. Nee, nee. Die, also wirklich, wie die hier, äh, äh, zum, zum Gespött der Leute gemacht werden und die, die können doch nichts dafür, wer in Wahrheit ihr Vater ist. Mhm. Das ist wirklich, das ist einfach nur schlimm. Das Ganze wird aufgelöst, äh, und alle werden ins Bett geschickt. Ja, von Rhaenyra. So mehr oder weniger. Ja. Ja, dann verlassen wir nochmal die Abendgesellschaft und jetzt kommen noch zwei Szenen in dieser Folge quasi. Es ist, es ist aber noch, äh, Paul, du hast noch vergessen, dass, also Rhaenyra schickt alle weg und sie will dann tatsächlich zurück nach Drachenstein. Und Alison sagt dann, ah, ihr seid doch gerade eben erst angekommen. Und, und, äh, Rhaenyra sagt dann aber, ja, ich bring die Kinder heim. Und dann ganz wichtig, ich komme auf Drachen schwingen zurück. Ja, stimmt. Ja, und dann haben wir eine ganz kurze Szene. Eine ganz kurze Szene, bei der ich wirklich, also ich war wirklich überrascht, dass wir diese überhaupt sehen, weil sie für mich, okay. Ja. Okay, wer streicht da jetzt durch die Nacht? Ich habe erst gedacht, okay, ist es wieder Damon? Ich dachte, es ist Aemond. Ah, ja. Ich dachte wirklich, es ist Aemond. Aemond, ja. Und dann, wohin geht sie? Also, wie wir dann sehen, die Gestalt, äh, ist, äh, eine Frau, eine von den Bediensteten. Diese, äh, äh, hier, Julia, Julia? Ja, irgendwie so. Talia. Talia, genau. Ja, Alexis Raben. Sie trifft auf eine Bekannte, von der wir, also, ich musste erst mal nachgucken, weil ich echt nicht mehr so richtig wusste, wie sie aussieht. Aber ich habe mir gedacht, also, irgendwann muss sie doch noch mal vorkommen. Ja. Und tatsächlich ist das Mysaria. Ja, die jetzt irgendwie eine, ich sage es jetzt mal ganz deutlich, Puffmutti anscheinend ist. Ja, die wird ja auch angesprochen mit, 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 mit My Lady. Genau, also, die, die wirkt hier deutlich, ich sage jetzt mal, wohlhabend da als da, wo wir sie zuletzt gesehen haben. Aber trotzdem sieht sie exakt so aus wie vorher. Also, ich meine, Sonoya Misuno, die ist ja noch nicht so alt, ne? Aber, meine Güte, ey, das ist 20 Jahre her, also. Ich meine, wann hat man die zuletzt gesehen? Ich glaube, in Folge 4, oder? Ja, stimmt, in Folge 4. Sven, wo du zum letzten Mal dabei warst, hast du sie erkannt? Nee, ich habe, ich habe, ich habe da hingeguckt und dachte, okay. Hm, aber jetzt, wo du es sagst, stimmt. Hm. Stimmt. Also, ich konnte sie wirklich null zuordnen. Ja, ja. Ich habe erst noch gedacht, sie sah aus wie, ach, das, ach Gott, wie heißt sie aus, Dorn, ne? Ach, hier in Dira Pharma hat die gespielt. Genau, 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 genau. Aber das kann ja nicht sein. Elaria, Elaria Sand, ja. Ja, aber, ne, ich war wirklich auch noch, aber ich war mit den ganzen Ereignissen davor tatsächlich noch so beschäftigt, dass ich diese kurze Szene erst später irgendwie einordnen konnte bei meinen Notizen, aber ich habe da nicht weiter recherchiert, muss ich zugeben. Wie gesagt, wir haben uns ja die letzten Folgen wirklich schon gefragt, wo sie denn ist, weil Damon ja zahlreiche Liebschaften inzwischen hatte. Ähm, und dass sie natürlich jetzt von so einer Bediensteten aufgesucht wird, die bestimmt auch berichtet, was so alles, sie wird ja auch direkt danach gefragt oder irgendwie so, was war wieder viel los oder irgendwie so, ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, aber so, ja, zu der vielleicht so das ein oder andere Geheimnis durchdringt. Man darf vor allem nicht vergessen, dass hier im Grunde genommen in diesen beiden, die ja eher von, also auf jeden Fall von niederem Stand sind, äh, spiegelt sich ja letzten, also spiegeln sich auch die beiden Parteien, weil Mysaria ist ja eher so Team Damon und Talia ist eine Bedienstete von Alicent. Und wohl auch eine wirklich vertraute Zofe, würde ich jetzt mal sagen. Und dass die dann irgendwie so miteinander verkehren und ein Draht zueinander haben, das ist schon, ich muss sagen, das war keine schlechte Szene, aber sie war sehr kurz und sie wirkte hier so ein bisschen verloren tatsächlich. Ja, aber sie ist, ich finde sie jetzt auch im Nachhinein tatsächlich, also wahrscheinlich wird sie ja auch in den Kommentaren folgen, sicherlich noch an Bedeutung gewinnen oder an eben, hier guck mal, hier gibt es noch eine Mitspielerin oder jenige. Ist halt die Frage, ob sie tatsächlich so viele Leute erkennen werden und einordnen, zuordnen können, aber das ist natürlich jetzt nicht unerheblich, dass sie da eine Spionin oder was auch immer direkt dort hat, wo die Kacke am Dampfen ist. Genau, ja, ich bin gespannt, wo das noch hinführen wird, also, es ist trotz, es ist einfach seltsam in dieser Serie, dass manche Leute entweder extrem altern, ausgetauscht werden. Ja, bei ihr ist es auch extrem, ja. Also, und manche wirklich überhaupt nicht, also das, man muss sagen, also was das angeht, das wirkt manchmal fast schon unfreiwillig komisch. Naja. Manche Leute altern halt langsam. Ja, vor allem Viserys, ne? Wir sind jetzt, oh Gott, wir sind so gut in der Zeit, ich weiß auch nicht, wo es herkommt. Wir haben aber noch eine Szene und die müssen wir jetzt noch durchbringen, weil das ist schließlich die letzte der Folge. Es ist wieder Nacht. Wir sehen einen schlafenden oder einen, na, vor sich hin liegenden und ächzenden und was weiß ich, Viserys. Also, Alicent ist bei ihm. Genau, hilft ihm trinken. Hilft ihm trinken. Und dann fängt Viserys plötzlich nochmal an zu sprechen und setzt so ein bisschen das Gespräch vor, was er mit Rhaenyra geführt hatte vor. Genau. Genau. Ein paar sehen. Letzte Nacht, ja, dann quasi. Ja, fängt er irgendwie erst an mit von wegen, ja, es tut mir leid und Alicent versteht irgendwie gar nicht, was er meint, als er dann anfängt von wegen, ja, Aegon, ja, welchen Aegon meinst du? Meinst du unseren Sohn? Nein, nein, Aegons Traum. Aegon, der Eroberer. Und der Prinz, der verheißen war. Aber er sagt ja auch, das, was ich dir erzählt habe oder so. Genau, genau. Und Alicent, hä? Er, 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 er registriert es nicht, dass es nicht, dass es nicht Rhaenyra ist. Ja, ja, genau. Nee, passt ja aber auch von vorher, weil jetzt, also vorher hat er gefragt, ob Rhaenyra Alicent ist, also Alicent bist du es? Und jetzt ist Alicent bei ihm und er geht halt davon aus, dass es Rhaenyra ist, automatisch. Ja. Und er spricht dann ja auch noch weiter von dem Prinzen, beziehungsweise die Prinzessin, die verheißen wurde, die prophezeit wurde, genau. Das Reichverein gegen die Kälte. Ja, ja. Sie, sie, sie ist die Verheißung, sie muss es tun und sie wird aber hoffentlich laut raus. Aber Alicent zieht natürlich dann so nach und nach dann das, auch wenn sie Aegon und so weiter hört, wenn sie das sieht. Sie hat natürlich jetzt nicht so das, ich weiß nicht, wie sehr sie damit vertraut ist, aber sie zieht daraus natürlich das, was für sie nützlich oder das, was sie, was sie für sich interpretiert. Auch wieder schön, wie das natürlich da uminterpretiert werden kann, je nachdem, wer das hört. Ja, vor allem sie kann es dann gegenüber anderen, kann sie es theoretisch so verkaufen. Ja, er hat als letzten Willen geäußert, dass sein Sohn Aegon auf dem Thron sitzen möge, ne? Das kann sie dann theoretisch so verkaufen. Ja gut, ich meine, das kann sie, das kann sie ja so oder so sagen. Ja, ja, aber jetzt hat sie, ja, ich meine, gut. Jetzt hat sie für sich zumindest das, ja. Es ist jetzt anders als zum Beispiel bei Robert Baratheon, der ja tatsächlich wirklich schriftlich, ne, herausgegeben hatte, dass Ned Stark irgendwie auf dem Thron sitzen soll, bis Joffrey volljährig ist. Und hier hat man ja eigentlich keinen Beleg dafür und ich glaube, sie geht dann ja raus, ne? Ja. Und dann, ja. Die letzten Atemzüge und auch wirklich nochmal in Detailaufnahmen. Ja. Wie Zeres dahin. Er siegt dahin, er atmet immer schwacher, also die Atmung wird immer leiser, immer flacher. Dann kullert ihm noch so eine Träne aus dem Auge und er halluziniert dann wahrscheinlich irgendwie schon, weiß ich nicht, er streckt dann so die Hand in die Luft. Und dann wird eigentlich schon abgeblendet und das Letzte, was man hört, was er sich noch so rausröchelt, ist meine Liebe. Ja. Und da kann man davon ausgehen, dass er da dann wahrscheinlich schon irgendwie nicht nur so langsam ins Licht geht, sondern dass da wahrscheinlich auch Aymar auf ihn wartet, ne? Hm, vielleicht. Es ist, puh, und dann setzt auch schon der Abspann ein und zwar anfangs ohne Musik. Wie wir es von den großen Ereignissen aus Game of Thrones auch kennen, später setzt sie dann ein. Ja. Sven. Das war der Abschied. Wie war der Abschied von Miserys? Super gemacht. Sehr interessant. Und ich dachte am Schluss noch, als sie dann rausgeht und, wie Dom ja auch schon gesagt hat, so hält es für den letzten Auftrag des Königs, ihrem geliebten Manne, dass der Untergang, der hervorsteht oder davorsteht, halt einfach auf ein, in Anführungsstrichen auch wieder so ein Missverständnis zurückführt. Ja. Ein paar kleine Worte haben ihr jetzt komplett den Floh ins Ohr gesetzt. Heißt, es geht um sie, um ihren Sohn und der König Wild so, ja, und damit ist eigentlich alles, alles schon gestellt und gesagt und ich würde sagen, es kann jetzt rund gehen. Ja. Ja, aber ich fand auch den Schluss, es war einfach super gemacht, auch wir, dann die Abblende und dann nochmal der letzte, die letzten Worte, das war, das hat mir schon, muss ich zugeben, das hat mich schon sehr berührt. Jetzt war halt auch, ja. Und ich finde auch diese, diese Finsternis, die in der ganzen Folge, auch beim Essen, die liegt so wie, also so hatte ich das Gefühl am Schluss, die liegt so wirklich wie so ein Schatten über der gesamten Episode, der dann am Schluss halt wirklich zur kompletten Dunkelheit wird und es einfach heißt, okay, der König ist tot. Ja. Ja. Ja, kann ich, kann ich mich anschließen. Also da auch, äh, auch mal, also vor allem bei der Szene oder generell auch, äh, viele Schlüsselmomente, auch mal ein ganz großes Lob an die Regie von hier, äh, Gita Waysand Petal, das ist glaube ich irgendwie eine, die hat auch glaube ich schon eine Emmy-Nominierung gehabt, ist glaube ich eine indische Regisseurin, wenn ich das richtig sehe, hat schon alles mögliche, weiß ich nicht, Marvel, Superstore, also die hat schon gefühlt alles im TV-Bereich durch. Und wirklich, äh, wirklich, äh, tolle Arbeit hier geleistet, umso ernüchternder, dass sie leider nur diese eine Folge inszeniert zu haben scheint. Ja, nächste Woche haben wir dann eine alte Bekannte auf dem Regiestuhl. Genau. Und mit, mit, mit Folge 9 ja auch eine nicht unwesentliche Folge, wenn wir uns die Game of Thrones-Historie anschauen. Ich hoffe inständig darum, dass sie vielleicht andere Wege gehen, aber mal schauen, das ist jetzt noch nicht Teil dieses Recaps. Ich kann jetzt schon mal anschließen, für mich ist das alles in allem eine Folge mit einem wirklich großartigen Paddy Consident, mit wieder ein paar tollen kleinen Momenten, aber auch so viel Dialogen und eben dem Erbschaftsgeschacher, wie du es, glaube ich, letztes Recap mal genannt hast, äh, wie wir es halt in jeder Folge irgendwie bisher gesehen haben. Mhm. Nach einer, wie ich finde, sehr starken siebten Folge, hab ich hier so, hier und da so ein paar kleinere Ermüdungserscheinungen wieder bei mir festgestellt, obwohl ich das, das Pacing in dieser Folge, das war auch diesmal ja durchgängig, ähm, eigentlich insgesamt mochte Dom, du hattest es mir im Vorfeld auch, glaube ich, schon mal geschrieben, dass hier ist so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Mhm. Und für das fand ich auch diese Folge gut, aber sie hat mich nicht, also sie reicht für mich nicht an das so wirklich Kammerspielartige, an das Packende, das Spannende oder an das stetig hochköchelnde Feuer der letzten Woche ran. Ähm, aber vielleicht ist es, wie gesagt, das werden wir dann nächste Woche sehen, ein guter Wegbereiter für die kommende Folge. Sven, wie sieht's bei dir aus? Also, nach einer längeren Pause muss ich sagen, es fiel mir, ja, es fiel mir schwer, mich wieder reinzufinden mit den neuen Charakteren. Ja, ja. Mit meinen ganzen Notizen und so, aber was die, was die Serie halt einfach wirklich auch kann, die kann dich so, du guckst fünf, zehn Minuten und dann, trotz dass du einige Charaktere vielleicht nicht erkennst, bist du einfach wieder drin. Also zumindestens mal, die zieht dich relativ schnell wieder in ihren Bann und ich war wirklich begeistert, ich hab ausgemacht und dachte, verdammt, ich will jetzt noch eine Folge. Und noch eine und noch eine. Und ich will dann doch noch wissen, also sie hat mich direkt wieder gepackt und grandios. Ja, kurz und schmerzlos kann ich ins gleiche Horn tuten. Sie kommt vielleicht nicht an die Vorgängerfolge ran, aber sie ist vor allem, was das, also was das Charakterschauspiel angeht und auch die Charakterinteraktion, äh, wirklich, wirklich großartig. Also hier sind so viele präzise, kleine Feinheiten drin, äh, ob es jetzt in den Dialogen ist oder eben mit den Figuren untereinander, äh, ganz, ganz großartig. Ähm, also für mich wirklich so eine der stärksten Folgen bislang dieser Staffel, äh, halt allem voran, äh, äh, also auch hier nochmal riesen Props an, äh, äh, die Maske von Paddy Considine. Ähm, und ich, ich bin gespannt, also Paddy Considine, der könnte sich insbesondere mit, mit dieser Thronsa-Szene echten Emmy hier, äh, verdient haben. Das werden wir dann ja sehen, aber nee, äh, absolut großartig und ich freue mich auf nächste Woche. Ja, ich bin sehr gespannt, wenn das jetzt hier schon wahrscheinlich unser längstes Recap geworden ist, ähm, wie es dann nächste Woche aussieht. Wir haben Rings of Power eingeholt. Naja, der wird doch geschnitten und dann sieht das nicht mehr so schön aus. Äh, wir werden sehen, äh, nächste Folge. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann folgt uns gern auf all den bekannten Podcast-Portalen oder auf Social Media oder hinterlasst eine positive Bewertung oder eben einen Kommentar. Dann können wir auch wieder in den Kommentaren bei YouTube zum Beispiel über diese Folge diskutieren und über das, was euch vielleicht aufgefallen ist. Ich bedanke mich bei meinem, bei unserem Gast Sven, dass er hier heute mit dabei war. Oh, gerne wieder. Hat Spaß gemacht wie ich. Sehr schön. Und, äh, ich bedanke mich natürlich auch bei Dom, dass er wie jede Woche hier mit mir am Start war. Valar Morghulis. Genau. Immer eine Freude. Und dann sage ich auch Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.